Ja, ich bin ready. Okay, drei, zwei, eins, äh, yay! Feuer! Euphorie! Woo! Ja! Willkommen zur zweiten Folge Hardcast, hier, live, in diesem Internet. Auf twitch.tv slash jimpanse oder slash hcdizzy Zinn nämlich. Erste Folge haben wir ja letzte Woche sehr gut rumgebracht, würde ich sagen, und das war ja schon, also, es war ja schon, ja, es war schon ein Festival, könnte man sagen. Ich habe sehr genossen und auch später noch sehr viel über unsere Themen nachgedacht. Ich hätte gerne weniger Antworten gewechselt, aber die meisten hätte ich so gelassen, ja. Was hättest du gerne gewechselt? Erzähl mal. Ohne Scheiße, ich habe auch gedacht, das ging jetzt aber schon schnell. Kennst du das? Sachen sind dann so durch und dann sind wir schon fertig und du denkst so, oh, das war jetzt aber schon zügig? Ey, die zwei Stunden gingen rum wie im Flug, oder? Das meinte ich damit, danke. Aber eine Korrektur werde ich jetzt eben an dir vornehmen. Ich werde dich ein bisschen vergrößern. Ja, besser. Ja, sexy. Bring mich ganz groß raus. Bring mich ganz groß raus, Baby. Bring mich ganz groß raus. Weil ich fand beim Betrachten des VODs warst du zu wenig gesoomt und ich zu viel. Also ich war so Fullscreen, Alex, und du warst so, ja, da ist ein Typ im Raum. Ja, so möchte ich das aber auch immer haben. Also das macht mich schlanker. Soll ich dir ein Filter schicken? Kennst du die App, also für ein PC, Software, Snap Camera? Ja, kenn ich. Das ist schon witzig, was man so machen könnte, ne? Ja, kann man machen, aber ich hab keinen Bock mehr, extra Sachen noch laufen zu lassen. Kann ich absolut nachvollziehen. Aber das ist ja auch die perfekte Überleitung auf dieses Thema, wenn man nämlich Ressourcen hat oder sie schonen muss. Oh ja, gut, aber ich wollte trotzdem noch fragen, wie war denn deine Woche so? Ach so, ach, ja okay, Smalltalk, verstehe. Äh, gut, danke der Nachfrage. Ich habe genug gegessen. Äh, ich weiß gar nicht, können wir so sowas wie Toilettengänger auch sprechen? Ne, ne, das lässt man besser weg. Ne, wir reden ja hier von Hardware, nicht von Software. Du legst das Software-Ware ab. Ich hab gerade mit zwei Menschen, die du auch kennst, Escape from Tarkov gespielt und, äh, also mein sprachartigstes Niveau wäre jetzt deutlich unter dem, was du grad anteaserst, also von daher, ähm, ja. Also hardware-technisch lief halt alles super, bis auf, dass ich gestern, äh, ähm, ähm, einen Lüfter von meiner Grafikkarte gehört hab. Und das ist etwas, was man im Jahr 2021 nicht hören will. Das ist eins der, der least favorite Sounds, sozusagen. Könnte ich, würde ich unterschreiben, weil man kriegt ja keine neue. Danke. Also, ja, ne, ist ja allerseits bekannt, sozusagen. Oder man tauscht den Lüfter auch jetzt. Ja, ist ne FE, also... Aber, äh, witzigerweise hab ich's nur gestern gehört, PC neu gestartet, nicht wieder aufgetreten, ich behalte das, äh, das Baby jetzt im Auge, ne, also ich will nicht sagen, ich hab ne Kamera draufgerichtet, aber ich könnte, wenn ich wollte. Ich, ich könnte, wenn ich wollte. Die neue Elgato, äh, Cambling Pro macht's nämlich möglich. Warum hat Elgato noch keine Kamera auf den Markt gebracht? Ich denke, das kommt noch. Denk ich auch? Das denk ich auch. Komm. Stell dir mal vor, du bist Elgato und stehst mit einer Firma in Kontakt und die wollen die selber rausbringen und Elgato sagen, ne, lass, lass, gib uns die mal besser. Weißt du, und dann so ein Schein, noch ein Schein und die andere Firma so bei jedem Schein so, ja, 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 okay, bringt ihr sie raus, weißt du, damit es nicht so einfach nur so gelabelt ist. Ja. Also ich geh ganz stark davon aus, dass das noch kommt. Bin ich mir ziemlich sicher. Ja. Dann haben die auch so ziemlich alles, ne. Also Audio, alles, was mit irgendwie Streaming Zusätzen zu tun hat. Ja. Ich bin ganz ehrlich bei den letzten Sachen hier mit diesem grünen Mauspad, das ist jetzt nicht so ein Riesending, aber wenn du so ein Teil brauchst, such das mal. Du findest das natürlich bei Amazon, so ein Ebay und so weiter, ne. Ja. Aber du hast halt, es gibt, soweit ich weiß, kaum einen namhaften Hersteller sowas rausbringt, in dann entsprechender Qualität, ne, die man gewohnt ist. Ja, das ist halt so dieses Streaming-Ding, ne. Ja. Also das haut genau in die Kerbe rein, ja. 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 Qualitativ geht's ja auch. Also mit dem Camling Pro haben sie sich ja jetzt auf jeden Fall auch wieder mit rumbekleckert. Also haben sie wirklich, also nicht negativ gemeint, sondern der ist wirklich gut. Ich, äh, witzigerweise habe ich den bei mir jetzt auch drin. Ja, hab ich. Ich probierte den noch aus. Hab ich letztens gesehen. Und? Wie lief er? Also, ich hatte ein bisschen Startschwierigkeiten, was aber an meinem PC lag, ne. Also ich hab's an zwei anderen Computern getestet, lief out of the box. Mein Main-PC lief nicht, so, und es gibt zwei Fehlerquellen, ich kann's aber nicht isolieren. Entweder hat das BIOS-Update einen Bug behoben, der vielleicht irgendwas mit PC-Express zu tun hatte, I don't know. Oder die Focusrite-Treiber, die ich noch deinstalliert habe. Die beiden Sachen hab ich gemacht, danach lief das Teil super, ne. Also bis jetzt. Keine Fehler, keine Probleme, keine Lüfter. Ein Ein-Slot-Lösung, wird nicht warm, macht was es soll. Also, top. Und dann auch ein super Preis-Leistungs-Verhältnis. Ich mein, wie du schon sagst. Das ist ne Ansage auf jeden Fall. Ja, definitiv. Meine Woche war übrigens gut. Ach genau, ein Fehler schrägstich, ich hab zwei Bugs gefunden, wo wir grad dabei sind. Ein Bug ist, ich hab eine Kamera, die sendet in 1080i, also Interlaced. Ja. Und da hab ich in der Übersicht ganz normal kann ich die Kamera ganz normal benutzen, Fullscreen, kein Problem. Benutze ich aber dieses Multi-View Tool von denen, dann wird die Kamera quasi, werden die Interlaced daraus gerechnet sozusagen, beziehungsweise gar nicht angezeigt und das Bild ist so gequetscht. Ja. Das ist nicht schlimm, weil ist wahrscheinlich nur ein Bug, hat sich keiner drüber Gedanken gemacht oder ist nicht aufgetreten vorher, ist ja egal. Und das zweite ist, wenn du eine Kamera zwar einschaltest und sie sozusagen erkannt wird, dann ist sie, hat die sowas wie ein Timeout, die wird abgeschaltet. Also die Kamera läuft weiter, die hat natürlich keinen Schlafmodus oder irgendwie sowas, ne, aber die, aber das Bild wird dann halt schwarz. So, das hab ich jetzt nachvollziehen können, dass es ein paar Mal bei mir aufgetreten ist. Also beispielsweise, du machst am Anfang von dem Stream deine Main-Kamera an und dann noch die zweite Kamera, schaltest einmal kurz drauf, gehst dann wieder auf deine Hauptkamera und lässt dann fünf Stunden, sechs Stunden deinen Stream laufen und gehst aber nie auf die Cam. Dann wird die in einer Zeit abgeschaltet. Und das muss, äh, von der Capture Card, äh, an der Capture Card liegen. Kann ich nicht bestätigen. Was für Kameras hast du da angeschlossen? Äh, Sony A7 III, äh, Sony FDX 3000, äh, Canon Legria und Sony 6400 und GoPro Hero. Wie viele Kameras hast du gerade aufgezählt? Fünf? Die Karte hat vier Anschlüsse, ne? Ja. Okay. Ich hab aber auch drei Capture Card. Also ich hab alle mal an der Elgato drangehabt, sagen wir es mal so. Ja, also das ist noch so ein Problem, was jetzt noch bei mir aufgetaucht ist, wo ich noch nicht weiß, woran es liegt, wie ich es beheben kann und so, aber das ist jetzt auch nicht wirklich dramatisch, ne? Nö, denk ich, denk ich auch nicht. Ja. Ja, sehr cool. Sehr cool. Ich würde sagen, du machst noch eine Einleitung. Ich geh nach hinten, mach meine Tür zu, weil es wird ein bisschen kühl unter den Knöcheln und dann... Ja, und steigen wir smooth rein hier. Ja. Haben wir eigentlich sowas wie ein... Brauchen wir sowas wie ein Jingle oder so? Ja, geil. Wäre schön, wenn uns irgendwer ein Jingle zuschickt, ja. Oder vielleicht irgendwelche tollen Karikaturen von uns beiden. Fan, Fanart. Sei ehrlich. Fan... Wenn du immer die ganze Fanart von Lara Loft siehst und die ganzen anderen populären Streamer, wo super viele Zeichen sind, bist du schon ein bisschen neidisch, oder? Ich finde das sehr cool, was für eine Dedication dahinter steckt, so was mit deiner Zeit dann zu machen. Das finde ich schon sehr geil. Wenn ich einen Wunsch hätte für einen Jingle, dann wäre das eine Mischung aus Lo-Fi und Metalcore. Da sehe ich uns auch. Absolut. Da sehe ich uns auch. Aber weißt du, wo ich uns auch sehe? Das ist ja auch, äh, im Grunde genommen der perfekte Krieg. Also nach, äh, nach dem May the 4th be, äh, 4-4-Vizio, äh, ist ja heute, im Grunde genommen ist ja auch Kampf gut gegen böse. Ja. Single-PC versus Dual-PC. Heute fetzen wir uns ja richtig. Weil du hast ja, um gleich mal hier richtig schön aus allen Rohren zu schießen, du hast dich ja für die stromsparende Variante eines Einzel-PCs entschlossen, was ja im Grunde genommen eigentlich schon, es tut mir ja leid, aber unter den Hardware-Enthusiasten eigentlich ja schon eine der frechsten Gesten ist. Wenn man jetzt unter Dieben wäre, würde man die wichtigste Regel der Diebe quasi brechen, weil du hast nämlich die Zunft der Hardware-affinen Leute verraten, indem du den Wechsel vorgenommen hast. Das ist korrekt. Ich, ich weiß, dass, dass du das so aufbauen willst, um hier so einen Spannungsbogen zu erzeugen, ne, aber ich bin vollkommen deiner Meinung, 100 Prozent, außer dass ich jetzt sagen würde, ich bin den aktuell für mich schlaueren Weg gegangen und habe jahrelang einen Stream-PC benutzt, ja. Und ich finde nach wie vor, dass der Stream-PC der Königsweg ist und auch der bessere Weg, der beste Weg, um das effizient, nicht effizient, aber um das produktiv und qualitativ am sinnvollsten zu machen. Und ich habe mir ein paar Sachen aufgeschrieben, die ein Single-PC als Vor- und auch als Nachteil natürlich halt irgendwie hat, ja, aber ich gebe dir jetzt nicht die Genugtuung, dass ich mich dagegen stelle und sage so, ja, das ist nämlich so, weil du nämlich keine Ahnung hast, weil dann würde ich mir selbst ins Bein schießen. Hardcast-Episode 2 ist rum, Jim hat alles entkräftig, gerade Argumentation beendet, Schluss. Ja, denn, also jetzt mal wirklich, ich finde übrigens das sehr schön, dass du dir das aufgeschrieben hast. Ja. Ich habe es nämlich nicht aufgeschrieben, weil ich fühle das. So. Ich, kennst du das, wenn du dann danach dir so denkst, ah, fuck, ja, das auch noch und das wollte ich nicht. Genau. Bei so einer Sache. Es ist mir halt wichtig, ne? Ja, aber das, also ich erkläre das so oft, dass mir, das ist einfach im Blut drin. Aber was steht denn oben bei dir auf der Liste? Ähm, Hardcast-Notes. Obwohl, warte, 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 wir müssen nochmal, lass uns nochmal ganz kurz zurückspulen, wir müssen, glaube ich, erstmal einige Menschen abholen, die gar nicht wissen, wovon wir reden. Ich, ich, ich weiß genau, was du meinst. Müssen wir jetzt wieder dieses Zurückspulgeräusch machen wie am letzten Mal? Ne, das machst du heute. Ja, es gab so, bitte, 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 siehst du? Und genau deshalb steige ich da nicht drauf ein. Jetzt du. Also, äh, Freunde, jetzt du! Jetzt aber mal unter uns da draußen. Es gibt ja doch, äh, es gibt ja noch ein paar Menschen, die gar nicht, äh, wissen, worum es geht. Es gibt die Möglichkeit in der, lass dich schmecken. Es gibt die Möglichkeit, heute, ich habe auch heute hier. Nur nicht dasselbe. Das wäre, das wäre verrückt gewesen. Ähm, es gibt die Möglichkeit in der heutigen Zeit, ähm, über mehrere Computer zu streamen. Die meisten, also würde ich schon sagen, der Grobteil, der große Teil der Streamer, äh, benutzt einen Computer. Der ist dazu da zum, zum Stream. Da sind alle Endgeräte angeschlossen und, ähm, äh, sie spielen auch gleichzeitig auf dem Gerät. In 2000. Ja, und wir werden da gleich. Entschuldigung. Wir werden auch gleich bei dem einzelnen PC noch etwas mehr ins Detail gehen. Aber ja. Und jetzt, du bitte weiter. Genau. Also, ich will das ja nur nicht alles schon vorwegnehmen. Es geht ja erstmal darum, um die Leute, äh, abzuholen. Und dann gibt es aber auch noch die Möglichkeit seit, ich glaube 2014, 13, Ende 13, 14 rum, haben sich Leute so Gedanken gemacht, puh, äh, wie kann ich denn jetzt, äh, eventuell den Gaming-PC entlasten und quasi eine Maschine nur zum Stream dorthin stellen. Und, äh, weil damals gab es ja noch nicht so, äh, sag ich mal, potente PCs, äh, wie heute. Und, äh, wir wissen das ja alle, wir haben alle angefangen mit einem Computer, also Streamer-technisch. Und, äh, daraus ist sozusagen der Supergrau-Dual-PC entstanden. Also, quasi ein Computer, der wirklich nur streamt, encodet und das zu euch sendet. Und auf dem anderen Computer sitzt man und spielt man. So. Das sind die Basics. Und jetzt springen wir richtig in das Thema rein und werden das mal so ein bisschen ausleuchten, was für Pros, Cons, ähm, sowohl das eine als auch das andere hat. Hier geht's nicht um Krieg, dass wir uns den Kopf einknallen, sondern hier geht's darum, eventuell ein bisschen Aufklärung vorzunehmen und, äh, naja, euch was mitzugeben. Okay. Soll ich mit dem Single-Zeug erstmal anfangen? Ja, guck mal an deine Liste her. Du bist ja aktuell der Vertreter. Erzähl, äh, Jim, klär mich doch mal ganz kurz auf. Wie läuft denn das bei dir so auf einem Computer? Ja, also, erstmal, guten Tag. Hallo. Hallo. Schön, dass wir uns endlich sehen. Und, äh, da wir uns jetzt persönlich kennen, denk ich mal, wir können sofort loslegen. Ich hab hier eine sehr wichtige Liste vorzutragen. Ne, also Spaß beiseite. Ich hab, ich hab nur so das eben aus dem Kopf rausgeschrieben, was ich, was ich, äh, direkt auf dem Schirm hatte, was für mich so ein paar kleine Vor- und Nachteile sind, ähm, von dem Single-PC. Ähm, Stream-PC ist nach wie vor immer noch die Königskategorie. Müssen wir uns nicht drüber, da müssen wir gar nicht negativ drüber gehen. Aber ich fang jetzt einfach mit meinem, mit meinem Single-PC an. Der absolute Nachteil von einem Single-PC, und ich weiß, Nachteile anzufangen ist immer dumm, weil man, weil man sämtliche Kraft so aus, so quasi weg gibt so, ne? Aber du wirst mir zustimmen. Der absolute Nachteil bei einem Single-PC, für mich, der jetzt mehrfach aufgetreten ist, seitdem ich seit ein paar Monaten wieder keinen Stream-PC benutze, ist, ich kann keinen Neustart machen, wenn ich irgendwelche Probleme an meinem PC habe. Und das klingt dann so wie, ja, wie Probleme? Was soll denn das? Ich spiele an meinem Computer, dann lasse ich morgens an und dann, wenn ich ins Bett gehe, mache ich sie wieder aus und so, ne? Und das stimmt auch. Aber man glaubt gar nicht, wie häufig man, wenn man so ein bisschen hier was machen will, es kommt ein Windows-Update raus oder da was raus und irgendwas hängt und du weißt genau, ja, ich muss jetzt eigentlich nur OBS neu starten oder nur den PC einmal neu starten, dann ist dieses kleine, doofe Problem weg. Das geht nicht. So, also jeder, der ein Dual-PC-System hat, wie ich das auch vorher hatte, der hat sich dann so gedacht, so, ach ja, da klemmt noch ein Windows-Update, der Sound ist weg, weil das und das, ne? Blablabla. Du startest das Ding neu. Das kannst du natürlich machen, wenn du ein Single-PC-User bist, also mit einem einfachen PC, mit einem einzelnen PC zu Twitch-Streams. Aber ein PC neu starten dauert halt ein paar Sekunden bis zu ein paar Minuten, je nach System. und da gehen dir locker 20 bis 30 Prozent deiner Zuschauer einfach flirten, die vielleicht durch einen Host reingekommen sind und dann weg sind oder einfach dann denken, das nicht mitbekommen haben, dass du gesagt hast, du musst mal kurz den PC neu starten oder was anderes zu tun haben und jede Pause dann wird dann halt genommen, um den Stream zu verlassen und so. Und das willst du halt nicht. Also der beste Ansatzpunkt, um jemandem zu sagen, ein Dual-PC-System macht halt Sinn, ist, egal was du mit deinem PC machen möchtest, du kannst ihn halt beim Single-PC nicht neu starten. Da gibt's auch kein Argument, was das entkräftigen könnte. Es gäbe zwar eine Lösung. Okay, sollen wir mal ganz kurz nerdig werden? Ja. Es gibt externe Encoder, die kannst du das encoden lassen, was du ihnen per HDMI schickst. Du könntest dein OBS einstellen und sagen, okay, das Mixing, das komplett gemixte Signal, das soll über den Projector-Modus einfach nur auf eine HDMI-Quelle ausgegeben werden. Kennst du auch. Ja. Und dieser externe Encoder, der hat ein ganz normales Web-Interface und mit dem kannst du dich dann zu Twitch verbinden oder Facebook oder ich mein Facebook oder YouTube oder was auch immer und kannst das quasi dann streamen. Und ein paar von diesen Encodern sind so weit, oh, ich merk grad, ich hab sogar noch einen Tag auf dem Hintergrund offen, ja, die sind so weit, dass sie auch verschiedene Szenen sozusagen unterstützen, dass man halt sagen könnte, okay, kurz in die Pause-Szene und dann wieder rein. Das heißt also, man könnte mit diesem System quasi den Stream starten und das über den Projector-Modus da hinschicken. Das Schöne ist, ich finde, ja, das ist aber eine coole Lösung, weil das ist quasi ein kleiner Stream-PC. Ja, eben, das ist dann schon wieder ein Dual-PC. Ja, eben. Aber mit den Teilen hab ich ehrlicherweise auch keine Erfahrung. Es ist dann halt, ne, so. Ich glaube, sowas wird häufig benutzt, korrigiert mich, wenn ich da falsch liege, aber um aufs Server raufzukommen. Also, äh, solche Gerätschaften sind dazu da, dass wenn man zum Beispiel in den Server neu starten muss, dass man dann auch irgendwie ins BIOS rein kann oder sowas, von extern, dass man nicht vor Ort sein muss. Irgendwie sowas in dem Dreh. Aber ja, also... Das wäre sowas wie eine Remote-Konsole, die du jetzt meinst, ne? Äh, ne, es ist auch richtig mit HDMI und Bild und Kokolores. Das hat mein Kumpel irgendwie zu Hause verbaut und Ding. Du meinst jetzt keinen KVM? Ne. Ne, ne. Sowas ähnliches. Ja, aber dann hast du ja trotzdem auch, äh, dann bist du ja schon wieder auf dem Dual-PC. Richtig, das ist quasi wieder dann die Vorstufe zum Dual-PC. Das wäre jetzt immer nur, ne? Ja. Ja. Also, äh, und dazu spielt bei mir halt auch so ein Ding mit rein, du kannst halt nichts an der Hardware von deinem PC rumschrauben. Eben, ich habe ja beim letzten Mal mein Lichtbogen, äh, Problem einmal erklärt, ne? Ja. Äh, das möchte ich jetzt nicht nochmal vertiefen. Also, du machst dann halt auch an deinem PC keine Schraube rein. Was denn normalsterblich und die 99,9 Prozent aller Streamer nicht betreffen wird. So, ne? Aber das kannst du halt nicht machen. Und du würdest dann halt beispielsweise in dem Fall mit deinem Handy streamen, wenn du den Umbau streamen möchtest. Aber du hättest auch da immer, wenn du die Systeme wechselst, natürlich, ähm, quasi einen Übergang. Ähm, der nächste Negativpunkt, der mir aufgefallen ist, äh, oder der bekannt ist, ist natürlich, man hat so gesehen, ähm, minimal schlechteres Encoding. Da hatten wir uns letztes Mal schon drüber unterhalten. Wir können bei einem Single-PC, je nachdem, was für Hardware da drin ist, über die, äh, CPU oder die GPU encoden. Das sind so die klassischen Wege. Ähm, es gibt, wie gesagt, auch die Möglichkeit über externe Encoder. Man findet auch Anleitungen, dass Leute früher mal über irgendwelche Capture-Cards encodet haben. Aber das habe ich nie gemacht, da fehlt mir jegliches Wissen dazu. Und, ähm, ein heutiger Multikern-Prozessor, der ein bisschen dicker ist, der hat bei den meisten Spielen genug Luft nebenbei, dass er das Spiel handeln kann, OBS handeln kann, Windows handeln kann, ohne dass du großartig irgendwelche Einbußen halt irgendwie hast. Und jetzt du. Jetzt kommt das kleine bis mittelschwere, aber... Korrekt? Ja. OBS ist ja quasi, ähm, auf dem Single-PC eine Schnittstelle zwischen Game und Vorschau in der Taskleiste. Also wenn ihr über eure Taskleiste geht und dort poppt so ein Fenster auf, genau dazwischen klemmt sich OBS rein. Aber wenn ihr nicht eine Bildschirmaufnahme macht. Und genau an dieser Stelle verliert ihr FPS und Flüssigkeit in eurem Game. Korrekt. Und jeder, also, jeder Streamer, der behauptet, dass das nicht so ist, ist ein Lügner. Ist einfach ein Lügen-Kobold. Der hat's dann nicht gecheckt, beziehungsweise versteht das Problem dann nicht. Richtig. Es gibt natürlich Spiele, die sehr performance-hungrig sind, bei denen fällt das eher auf. Oder auch so Competitive-Shooter, da fällt's dann den entsprechenden Leuten auch aus, dass es nicht so flüssig ist, ne? Ähm, aber bei so Games, ich sag jetzt mal bei super einfachen Games wie, ich sag mal League of Legends. Also, ja, ich weiß nicht, ob das schon mal davon gehört. Auch da fällt dir das auf. Äh, ja. Jedenfalls langer Rede, kurzer Sinn. Ähm, das schlechtere Encoding, äh, liegt einfach in der Sache selbst. Also, wenn ich, wenn ich jetzt die volle Leistung meiner CPU, meiner, sagen wir mal, 1800-Euro-CPU komplett ins Encoding ballere, weil wir gehen davon aus, dass wir aktuelle Komponenten haben, ja, und alles ist gleichwertig, dann, äh, dann kannst du bei einem Single-PC natürlich eben nicht die ganze Leistung da reinballern und auf Slow oder Placebo oder was auch immer encoden vom Preset her, sondern du musst dich ein bisschen zurücknehmen, weil sonst hast du nicht mehr genug Luft, um noch Battlefield oder Tarkov oder was auch immer halt irgendwie rein zu... Was dir übrigens immer noch nichts bringt, also der Sprung von Slow auf Medium ist eher sogar ein schlechterer Sprung, weil, äh, weil dort nämlich gewisse Parameter in der, äh, in den X264-Settings sind, die nicht wirklich besser sind für Livestreaming. Also, alles über Medium ist eigentlich Quatsch, weil die, äh, weil die Qualität irgendwann, äh, schlechter wird. Es gibt einen Trick, daran hab ich übrigens fast, glaub ich, dreiviertel Jahr dran geschraubt, mir das Beste aus Slow rauszunehmen und die schlechten Sachen wegzulassen und auf Medium zu streamen. Äh, meine Katze macht erstmal 300 Tabs auf hier. Äh, und dann, äh, das Beste aus Slow rauszunehmen, was wirklich das noch verbessert. Also, das würde ich auch einfach gar nicht mehr sagen, dass man das gar, dass man über dieses Medium-Ding noch hinaus möchte. Um das mal eben ganz kurz minimal normal auszudrücken, ähm, wenn wir, äh, in OBS einstellen und das, und die Voreinstellungen sind, ist, glaub ich, dass wir über X264 streamen, damit ist halt immer gemeint, dass man über die CPU streamt, also über die Hardware sozusagen, also der macht dann die Rechenarbeit, ähm, dann sprechen wir über ein gewisses Preset. Standardmäßig steht das, mein ich, auf Ultrafast. Und das bedeutet, dass halt möglichst wenig CPU-Load in das Encoding gesteckt wird, damit der PC noch genug anderes Zeug zu tun hat. Und wenn du jetzt dich vor die Kamera setzt und einfach nur ein bisschen rumalberst so, dann ändern sich ja relativ wenige Pixel auf deinem Bildschirm, das heißt, relativ viele Sachen sind gleich. Da wird dir gar nicht auffallen, dass das gar nicht so die beste Qualität ist. Hast du dann aber einen Shooter, ein Rennspiel oder irgendwas, wo sich sehr viel in dem Bild bewegt und verändert, dann hast du diese Artefaktbildung, Schlieren, ne, Pixelbildung und sowas halt alles mit dabei. Und je weiter du das Preset Richtung Slower stellst, desto mehr CPU-Time sozusagen, also desto stärker wird die CPU eingespannt, um das Bild zu encoden, also zu berechnen. Das ist damit gemeint. Und das sind Presets. Und das, was Dizzy jetzt meint, ist, dass er sagt, okay, pass auf, ähm, die Presets sind ja nur eine Befehlsanordnung, ähm, so von wegen, geben wir hier so und so viele B-Frames da und da rein, so und so viele Bitrate, bla bla bla. Genau. Und das ist ein super langes Kommando-Parameter hinter, hinter dem Aufruf. Und den kann man in OBS auch selbst einstellen. Das heißt also, wir nehmen kein Preset, sondern geben halt selber vor, da muss man einen kleinen Haken machen, äh, ich glaube, man muss ihn machen und nicht rausnehmen, ne? Nee, du kannst einfach nur eine Kommandse, in die Zeile reinschreiben. Und, äh, dann kannst du halt selber einstellen, was da ist. Das hat man ganz früher benutzt, um das Maximum aus der kleinen Bandbreite, die man hatte, halt rauszuholen, für deinen Anwendungsfall, weil es halt, äh, für jemanden, wie du schon gesagt hast, ne, wenn, wenn, wenn in diesem Encoding Sachen drin stehen, die fürs Livestreaming uninteressant sind, ähm, dann, äh, macht das keinen Sinn, dass deine CPU sich damit beschäftigt und du nimmst nur die Sachen rein, die du haben willst. Ähm, ich hab das, hab mich damals damit beschäftigt, als ich nur zwei im Bit-Upstream hatte und hab auch gemerkt, ja, da ist noch ein bisschen Druck hinter, da kann man noch was mitmachen, aber in meinem Fall war das halt dann mit der, mit der 2000-Euro-CPU egal, ne? Ja. So, und ich hab bei meinen Tests, bei meinen Spielen, ähm, mir angeschaut und das Ergebnis nachher bei Battlefield zum Beispiel oder H1Z1, das war, war minimal besser bei Slow und es war immer so ein kleiner Ritterschlag von wegen, aha, meine CPU kann Slow. So. Ja, also, ja, deine CPU kann Slow, aber es ist nachher auch nicht. Am Ende geht's nur um das Bild dabei und soll ich dir was sagen, der Bildunterschied ist so marginal, dass, wenn du eine Umfrage machst, werden wahrscheinlich der Großteil deiner Zuschauer das nicht wirklich wahrnehmen oder darauf achten. Ja, zumal auch sehr viele Leute auf Mobile-Devices gucken oder auf, äh, 80-Zoll-Fernseher und darauf sieht halt auch die letzte Kacke gut aus. Ja. So, also, da musst du schon sehr affin für sein, aber da bist du ja wahrscheinlich wie ich, da muss bis ins Letzte, muss das getweakt werden, bis man sagt, nee, jetzt geht nix mehr. Ich hab mich sehr viel damit auseinandergesetzt, wie ich meine, äh, Threadripper-CPU dazu kriege, das zu machen, was ich will, ja. Aber ich hab, muss auch ganz leider sagen, bei den Encoding-Settings, äh, da hast du dich reingekniet, da bin ich, äh, nicht reingegangen, weil das für mich keinen Sinn ergeben hat. Ich hab ein paar Sachen ausprobiert und, äh, da, das lief nicht besser. Also, ich war immer so zwischen dem Punkt, okay, es läuft, aber ich seh keinen wirklichen Unterschied zum Medium und es läuft nicht mehr, ne. Aber du hast deine CPU auch auf Wasserkühlung gehabt und ich nicht. Das kann auch sein, dass du diesen kleinen Vorteil hattest, dass die CPU noch nicht dicht gemacht hat und meine hat dicht gemacht. Das kann gut möglich sein. Bei mir geht's aber darum, dass ich oben raus noch ein bisschen, äh, dass ich noch ein bisschen Luft haben wollte. Ich weiß ja, wenn ich das nächste Mal anschreiben kann. Für was? Ja, wenn ich wieder über die CPU encode. Ach so. Du machst das nicht über CPU gerade, oder? Nee, nee, ich encode gerade, darauf wollte ich jetzt gerade hinaus, ähm, ich encode gerade über meinen Single-PC jetzt über die Grafikkarte. Ähm, Nvidia hat in den letzten Jahren da, also finde ich, einen sehr guten Job gemacht. Man sieht einen Unterschied zwischen dem CPU-Encoding und, äh, Grafikkarten-Encoding, ja. Müssen wir nicht drüber reden. Es gibt gewisse Sachen, die sehen über GPU-Encoding immer noch ein bisschen matschiger aus und schwammiger aus. Aber da sind wir dann auch in so einem marginalen Bereich, der von uns beiden vielleicht wahrgenommen wird. Also, ich meine jetzt mich, ne. Äh, und von außen stehen wir dann. Du Arsch! Hast du gerade gesagt, ich hab schlechte Augen, oder was? Nein, ich hab gesagt, wahrscheinlich wird dir das sofort auffallen, aber mir halt nicht. Ich hab das, ich hab das letztens gerade, Entschuldigung, wenn ich dich da unterbreche, ich hab das letztens gerade bei einem Kollegen, hab ich das gesehen. Und der hat mir erzählt, dass er über Grafikkarte streamt. Ich bin aus allen Wolken gefallen. Also, das, das, ne. Und wir reden aber Grafikkarte-Streaming-PC. Nein, nein, Grafikkarte-Single-PC. Ja, ja, du, aber da hab ich das gesehen. Und dann hab ich gesagt, das kannst du nicht machen. Also, weil das, das, das Ding ist halt, ähm, ja, kann man machen, aber unter allen Umständen würde ich das niemals tun. Niemals. Niemals. Niemals davon aus? Ich jetzt, okay, ich jetzt. Ja, okay. Also, ich rede jetzt nicht von, von, von jedem, äh, von jedem anderen, aber ich würde das nie im Leben tun, weil das nicht marginal ist. Also, das ist nicht marginal. Und, also, in meiner Welt ist das nicht marginal. Wenn ich davor sitze und ich, also, ich sehe das, dann, das gleich, nö, 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 das kommt mir nicht in die Tüte. Weil ich hab, ich hab da aber auch einen ganz anderen Anspruch dran. So. Das verstehe ich, ja. Ähm, um da eben kurz auf den, auf den, auf das Setup von deinem Kollegen einzugehen, ohne dass ich's kenne. Ich kann mir gut vorstellen, dass man sich halt ein super günstiges System zusammenkauft. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass die... I9. Okay, wir geben, also, ich wollte nur darauf hinaus, du kannst dir natürlich ein super günstiges System zusammenkaufen. Wir gehen davon aus, dass Grafikkarten gerade kein Problem sind, man kann alle kaufen. Und du kaufst dir halt eine gute Mittelklasse Grafikkarte, ob das jetzt eine ältere 2070 ist oder eine neuere 3070, 3080, was auch immer. Meinetwegen auch nur eine ganz kleine 1660 Ti oder sowas, ja. Und du lässt das, die Grafikkarte den Encoding-Job machen. Dann hast du auch den Vorteil, dass du quasi die Last von deinem Computer genommen hast, mit dem du spielst, capturst den ganzen Scheiß. Das kostet nicht so viel CPU-Load, wie man sich vielleicht so vorstellt. Und das Encoding macht dann wieder die starke Encoding-Einheit in der Grafikkarte. Das geht schon. Oder man spart sich einfach die Knete für diese etwas teurere Grafikkarte, kauft sich eine AMD-CPU, die man dann für die Differenz kriegen würde und kann über CPU streamen. Im Leben, also wirklich im Leben nicht, sollte man das tun. Dann brauchst du dir kein Streaming-PC kaufen. Im Leben nicht. Bin ich aber bei dir. Also ich wollte nur sagen, es gibt natürlich die Möglichkeit. Und je nachdem, wir kommen gleich auch noch auf einen sehr, sehr wichtigen Punkt. Das ist mein letzter Punkt, den ich ansprechen werde. Ja. Bei dem Vorteil eines Single-PCs. Und das ist das Totschlag-Kriterium, dagegen kannst du nichts sagen. Du bist raus. Was ist denn das Totschlag-Kriterium? Ja, da kommen wir gleich zu. Ich wollte nur, das muss man auch schon mal kurz erwähnen. Oh, okay, okay. Okay, ich bin bereit. Also pass auf, die letzten drei Nachteile noch eben kurz, die jetzt so offensichtlich sind. Also die gesamte Stream. Du hast nur einen einzigen Vorteil? Nein, natürlich habe ich mehrere Vorteile. Ich wollte gerade sagen, Alex, was machst du denn hier? Nur Nachteile. Ich habe aber einen Totschlag. Eins habe ich, eins habe ich hier. Okay. Okay, gib mir. Pass auf, der nächste Nachteil ist halt eben, was wir gerade schon angesprochen haben. Die gesamte Last, die man hat, liegt halt auf einem System. Egal, ob dein Spiel jetzt sehr performance-hungrig ist oder ob du tausend Tabs auf hast, noch zwanzig Zusatzprogramme auf hast, du willst den Feed sehen, was gerade passiert, Follower, Subscriber, das Ganze gedönst, du hast sowas wie Snap-Camera offen oder keine Ahnung. Also es gibt tausend Gründe, warum man noch tausend Software-Sachen halt irgendwie aufhört. Ich habe aktuell drei Browser-Fans offen, Discord, Spotify noch offen, OBS, Chatterino für den Chat, etc., etc., etc. Und ich kenne, ich kenne nicht jetzt speziell dein Setup, aber ich kenne die Screenshots von den großen Streamern, die einfach mal sechs Monitore haben und überall sind tausend Fenster auf, von was weiß ich alles. Diese gesamte Last muss ja irgendwie abgearbeitet werden, auch wenn das nicht viel ist. Und dann kommt noch das Spiel dazu und noch OBS und dann erarbeitet im Hintergrund noch ein Windows-Update. Und bei einem Single-PC ist ganz klar, diese gesamte Last liegt auf dem Computer und du willst natürlich, das Spiel muss gut laufen, der PC muss gut laufen und der Stream soll gut encoded werden, ohne dass es ruckelt, dass es Legs gibt. Früher war das ein bisschen schlimmer. Du bist aus dem Spiel rausgetappt und dann war der ganze Stream erstmal für ein, zwei Sekunden sehr laggy. Ich denke, das ist heute deutlich besser geworden. Aber auch je nachdem, was es für ein Spiel ist, kann das natürlich immer nochmal passieren. So, ich meine, ohne Scheiß, hast du dir früher darüber Gedanken gemacht, zu denken, oh ja, meine Szenen sind ein bisschen überlastet. Wenn ich jetzt das wechsle, dann leckt das vielleicht beim Szenenwechsel ein bisschen? Ja. Ja, das machst du heute nicht mehr. Sehr früh. Ja. Animierte Overlays. Das war früher ein Performance-Fresser und heute so, ja. Ist heute immer noch Performance-Fresser. Hast du mal bei Toro, hast du mal bei Toro im Stream geguckt oder bei Jen? Ja gut, das sind natürlich wieder diese besagten Ausnahmen. Ich kenne auch jemanden, der eine, was war das, eine 50 Megabyte großes Pfeil hatte für einen Alert und ich dachte so, was passiert da? Hab ich auch. Ja. Kann man machen, ne? Ich habe auch einen Szenenwechsel, der eine halbe Gigabyte groß ist. Alles klar, okay. Now we're talking. Okay, also, da müssen wir nicht drüber reden. Ein einzelner PC, der die gesamte Last stemmen will, kann natürlich dann auch schon mal sehr stark ausgelastet sein. Ja. So, blablabla. Wir haben immer noch das Problem auf Single-PC-Spielen oder Single-PCs, wenn du damit streamst, dass es natürlich auch sehr performancehungrige und nicht optimierte Spiele gibt, die einfach dich killen. Das müssen wir nicht drüber reden. Es gibt immer noch genügend Spiele, die halt einfach von der Performance her so unterirdisch sind, dass der Stream auch zwischendurch mal laggt oder dass du Dropframes oder so was alleine dadurch hast, dass das Spiel gerade sagt, Moment, Windows, ich brauche jetzt aber ein bisschen mehr Performance. Auch das ist besser geworden. Dieser Windows-Game-Modus hat da für mich zumindest bei meinen Spielen was dafür getan und das ist früher bestimmt grauenhafter gewesen, aber ... Aber, also nicht aber, ich möchte noch kurz was hinzufügen, weil das ist so ein Punkt schön, dass du das ansprichst, Alex. Da kommt nämlich nochmal NVENC rein, von außen so schön reingeslidet und dann stellst du fest, oh shit, oh boy, was, das neue ACC, äh, nicht das neue ACC, das neue Assassin's Street auf volle Pulle? Mein Stream-Lag! Oh scheiße, meine Grafikkarte ist ja ausgelassen, ich kann ja gar nicht mehr streamen, oh nein! Und das, liebe Kinder ... Gut, dass du es ansprichst. Und das, liebe Kinder, ist eigentlich ein Standardfall von einem PC. Ist es wirklich? Weil, sobald du nämlich anfängst, äh ... Sobald du anfängst, mehrere Spiele zu spielen, also wir reden jetzt hier wirklich gerade nicht von, wir spielen ganz klar Counter-Strike oder League of Legends, sondern sagen wir einfach mal, wir wollen am Freitag das neue Resident Evil spielen. Und sagen wir mal, dass Freitag kommt das neue Resident Evil raus und Capcom ist, glaube ich, der herausgebe, Capcom hat noch ein, zwei Dinge nicht ganz so gut gepolisht. Und Alex sagt sich jetzt am Freitag, na ladies and gentlemen, gentlemen, da deifen wir mal rein auf Ultra-Uhr, hab ja voll die Maschine. Nee. Das klingt nach mir, ja. Ja, ist Feierabend, weil der, ich sag mal, GPU läuft auf 90, also so, ich sag mal, der kritische Punkt ist so bei 90 Prozent. Sobald das Ding über 90 Prozent geht, kannst du dein Stream in die Tonne kloppen. Kannst du. Und dadurch bist du immer, und das darf man nicht vergessen, also wenn du Full-Time-Streamer bist, bist du immer eingeschränkt. Immer. Du hast immer, du hast immer im Hinterkopf, ach du Scheiße, ich kann ja gar nicht volle Lotte rin gehen. Und dann muss ich das ausmachen, das ausmachen und das ausmachen und dann sagt sich Dizzy so, ja, epic Freeset und Alarmchat oder wie und rinne die Eure. Und das ist halt auch eine Sache, um das kurz da in dem Moment dann nochmal anzusprechen, das ist so eine Sache, wo du wirklich irgendwann panisch wirst. Also ich könnte damit nicht mehr leben, weil so war es nämlich früher, äh, früher, als man noch nicht zwei PCs hatte, musste man sich wirklich darüber Gedanken machen und dann auch, jetzt gerade bei mir stehe ich auch im Chat, da musst du Frames limitieren, damit du nicht zu viel Leistung wegnimmst. Battlefield nur in 60 Frames, damit auch bloß nicht alles ins Schwitzen kommt. Das ist übrigens, finde ich persönlich, auch ein sehr, sehr großer Nachteil. ist aber auch überbrückbar. Genau, ich weiß noch, dass wir uns vor ein paar Jahren mal geschrieben haben und ich war noch so überrascht, dass du immer noch auf einem Fernseher, glaube ich, gespielt hast, der sowieso nur 60 FPS konnte. Und für mich war das zu der Zeit so ein großes Drama und so ein großes Thema, 144 Hertz. So, ne? Und das hat sich, in meinem Kopf hab ich so gedacht, so, wie er spielt nicht auf 144 Hertz? Und deine Antwort war irgendwie so, ja, nee, das muss ja für den Stream gut aussehen. Und ich dachte so, ja, klar, aber ich will doch auf 144 Hertz spielen. Was erzählt irgendwie davon limitieren und so, ne? Aber da hast du absolut recht. Also das ist auch definitiv, auch fällt alles in diese Performance-Kategorie. Ja. Dass natürlich, wenn ich, Battlefield ist ein gutes Beispiel, wenn ich den aktuellen Battlefield-Titel nehme und mache den, lasse den auf DirectX 12 laufen, was immer noch problematisch ist, mit RTX-Funktionen, volle Lotte rein, alle Settings auf Ultra, dann hab ich Probleme. Dann hab ich aber auch, wenn ich über die CPU rendere, auf den PC Probleme. Mein 5900X kann das, das haben wir ausprobiert, aber genau da ist das, also wenn ich RTX dann auch noch einschalte, dann rippt der. Dann läuft der Stream über die CPU encoded auch nicht mehr. Als Single-PC. Ja. Ne? Ganz klar. So, und wir haben uns, also als ich mein System aufgebaut habe, hab ich mir ungefähr so zwei Wochen Zeit gelassen. Wir haben quasi fast jeden Tag so Test-Streams gemacht und rumexperimentiert so. Und ich hab immer, ich muss dann immer tausendmal noch in den Chat schreiben und noch sagen, so vorhin, ja, kennst das ja, muss ja up-to-date sein. Und ich denke schon, dass ich mir sehr viel Zeit damit genommen habe, rauszukriegen, was das System wirklich kann, was für meine beste Lösung jetzt hier für das ganze Ding wäre. Aber ja, das stimmt schon. So, und dann kommt noch on top, und das ist jetzt das Sahnehäubchen für den Stream-PC, dass der ein riesengroßer Nachteil für den Single-PC ist. ist, manche Spiele wollen ums Verrecken nicht gecaptured werden, weil der Hersteller das disabled hat oder aus welchen Gründen auch immer. Soll ich dir einen Witz erzählen? Hat das was mit Wolfenstein zu tun? Ne. Gut. Das gibt's übrigens auch beim Streaming-PC. Ja, das hat aber dann was mit einem, also soweit ich weiß, hat das was damit zu tun, dass das Signal das dann gesendet wird oder das Spiel stellt, das sind auf nicht 1080p-Qualität oder? Ne, das hat was mit Anti-Q zu tun. Du kannst Worms auf, du kannst wirklich ohne, Worms, du kannst Worms ums Verrecken nicht im Vollscreen spielen. Ums Verrecken nicht. Kannst du nicht. Gerade bei diesem Titel, ne, das ist schon. Ey, du kannst es, sobald du das auf Vollscreen machst, friert alles ein. Und du kannst es auf deinem Bildschirm streamen, also du kannst es spielen, aber ums Verrecken kommt es im OBS nicht an. Das ist das einzige Spiel in sechs Jahren Streaming-PC, was ich nicht capturen lassen wollte. Mit zwei PCs. Hast du mal Speedrunners gespielt? Äh, ne. Ich glaube, das war, also das war bei mir damals auch ein Spiel, das auf dem Stream-PC nicht gut ankam. Das musste ich auch im Fenstermodus spielen. Speedrunners? Auf jeden Fall, ja. Ne, ähm, bei so Spielen wie, wenn ein neuer Wolfenstein-Titel rauskam, der läuft doch in der Dingens-Engine, ähm, komm mal nicht auf den Namen, äh, das hat immer Probleme gemacht. Oder wenn du irgendwie so eine Alpha-Beta-Irgendwas gespielt hast, bei der der Hersteller quasi das gelockt hat, dass das nicht gecaptured werden darf, äh, dann ging das mit OBS nicht. So, da gibt's Workarounds für und bla, ne, und hier dies, oder du spielst es einfach im, äh, du greifst einfach den Bildschirm dann ab so und nicht das Spiel selber so, ne, aber das kostet halt wieder Performance und wenn dein PCE ein bisschen schwächer ist so, das ist halt scheiße, ne. So, aktuell hab ich noch das, äh, Problem mit Destiny, Destiny 2 auf dem PC, ähm, das möchte halt auch eher nicht so im Fullscreen gecaptured werden von dem Single-PC, ist natürlich auch ein riesengroßer Nachteil. Man könnte jetzt, natürlich, das Bild einfach klonen, so eine Capture-Karte hab ich ja eingebaut und könnte dann quasi aus der Grafikkarte, ne, also ich könnte das dann auch nochmal so direkt captchern, das ginge schon, aber dann brauch ich mir keinen, das ist ja Quatsch, also ich bitte dich, ne, ich will ja eben die Vorteile gießen und nicht die Nachteile. So, und das sind so meine Hauptnachteile, die ich auf meinem Single-PC habe, wenn ich, wenn ich damit streamen möchte. Ich, das ist doof, die Nachteile erst vorzuschieben, aber das war mir wichtig, das aus dem Weg zu haben, weil man sonst bei vielen Pro-Punkten halt direkt sagen könnte, ist vorhin, aber, äh, 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 ist doch so. Mit dabei. Was wären denn die Nachteile von einem, von einem Stream-PC? Ich kenne eigentlich nur einen einzigen Nachteil. Kosten. Das ist der einzige Nachteil. Okay, dann reden wir da gleich drüber. Kosten. Okay, dann reden wir da gleich drüber. Wieso, was hast du jetzt noch erwartet? Ne, ne, alles gut, alles gut. Möchtest du die Vorteile hören? Ja, okay, ich bin bereit. Ein riesengroßer Vorteil bei einem Single-PC, den ich habe, seitdem ich ihn runtergefahren bin, sozusagen von einem, von einem Dual-System ist, dass ich nicht dieses ekelhafte Lacken habe und das hört sich an wie so ein First-World-Problem, ne, aber wenn du das, das, das Videosignal klonst, was wir quasi fast alle machen, es gibt noch andere Workarounds, du kannst das Spiel auch mit OBS auf deinem Game-PC capturen und per Projector-Modus an, an HDMI-Slots schicken zum Beispiel, ne, aber der normale Weg ist ja, du hast das, du hast Windows, du sagst, Windows, auf dem du spielst, klon mir das, äh, das Bildschirmsignal und gib das auf einem anderen HDMI-Port aus, unabhängig davon, was das jetzt für eine Auflösung ist, was für Herzzahlen da gefallen sind und so weiter. Und in dem Moment, wo Windows das macht und du tappst aus einem, aus einer Fullscreen-Anwendung raus, also hast du mehrere Gedenksekunden, die vergehen, manchmal schaltet der Bildschirm auch nochmal ein bisschen hin und her, um das irgendwie zu verpacken und, ähm, die Sounds laggen, äh, sowohl für dich als auch Leute, die bei dir auf dem Voice-Channel halt irgendwie hängen und sowas und das ist super ekelhaft, wenn du ein paar Mal schneller rein raus-tappen willst. Du willst nur kurz raus-tappen und du hängst halt voll fest. Das ist für mich ein riesengroßer Vorteil, dass man das bei einem Single-PC fast gar nicht merkt. So, das ist... Ich merk das bei mir auch nicht. Ja, dann müssen wir uns mal unterhalten, wie das eingestellt ist, weil ich kenne halt keinen, der ein Dual-PC-System hat, der dieses Problem nicht halt irgendwie hat. Oder sie tappen halt nie raus oder machen dann halt alle anderen Sachen mit ihrem Stream-PC. Was ja auch ein Vorteil von einem Stream-PC dann wäre, so, ne? Also, ja, so Sachen wie Battlefield zum Beispiel im Fullscreen, da kann das passieren, dass das... Ja, doch, ich kenne das Problem. Und das ist auch zu weiten Teilen natürlich mein persönliches Ding, dass ich mich daran so negativ aufgeile und mir dann denke, so, boah, das ist so nervig, das kotzt mich jedes Mal an, ähm, weil's das ja dann am Ende des Tages halt auch ist. Ähm, die Spiele stürzen dabei nicht ab, die Software kriegt keine Dropframes oder was auch immer so. Das ist alles cool, aber das nervt einfach nur. Das fühlt sich so scheiße an. Der ganze PC fühlt sich... Du kannst da eine 5.000-Euro-Gurke stehen haben, aber es fühlt sich an, als ob du da so ne... Hast du auf dem Single-PC aber auch. Ich kann jederzeit rein raus-tappen, ohne dass ich irgendwie diesem ultra-krasse, dieses Aufhängen habe. Kann ich auch, aber jetzt, wenn ich bei ETS raus-tappe, was auf 4K läuft, dann passiert das auch. Also, ich... Spielst du im Windows-Fullscreen oder im Fullscreen-Fullscreen? Nee, Fullscreen. Und wenn du Fullscreen-Fullscreen hast, ist das normal. Mhm. Wenn du aber Windows-Fullscreen spielst, da passiert das nicht. Das ist korrekt. Ja. Das ist korrekt. Also, das ist... Das ist normal. Das ist aber auch, äh, das ist aber auch, äh, ein Problem von der Grafikkarte. Ähm, nee, mit der Grafikkarte... Also, naja, klar, da tappen, also raus-tappen und der Wechsel dazwischen ist ja Grafikkarte. Also, die Grafikkarte... Naja, aber das Klonen ist ja Windows. Das Klonen ist ja eine Windows-Funktion. Das leckt auch, wenn du gar keinen Streamern hast auf deinem Computer, wenn du raus-tappst. Ja. Ja, also... Absolut. Ja, das hat... Dieses Problem kennt jeder Mensch da draußen. Also, du auf dem Single-PC als auch auf dem Dual-PC. Das spielt keine Geige. Ich zeig dir demnächst nochmal genau, was ich da meine. Wenn ich das nochmal so aufgebaut habe, dann weiß... Dann... Ich filme das mal. Also, ich... Ja, das wäre super. Ja, das wäre nett. Also, ich kenne das nicht so. Also, ich kenne dieses Standard-Raustappen-Lenken, das kenne ich. Was für mich halt noch das Computer. Aber das... Also, das, was du jetzt meinst, sagt mir jetzt gerade nichts. Nee, also, also jetzt beim Single-PC oder auch, wenn du gar keinen Stream dabei aufpasst, nichts abgreifst, sondern rein raus-tappen und so, das ist seamless, ja. Da müssen wir nicht drüber reden. Was das mal kurz ein bisschen hängt oder so, ja, scheiß drauf. Das liegt dann halt daran, dass vielleicht gerade noch was geladen wird und du gehst halt mitten während der PC irgendwas aufbaut oder so raus. Da reden wir nicht drüber. Da reden wir nicht drüber. Okay. Okay, ähm, weiteres Ding für mich bei dem Single-PC und das ist vielleicht nur eine Kleinigkeit, aber ich stehe drauf. Ich kann USB-Headsets an meinen Single-PC anschließen und sie so, wie der Hersteller sich das vorgestellt hat, nutzen. Ich muss keine Umwege gehen, keine Umleitung, keine Weiterleitung oder irgendwie sowas in der Richtung. Und, äh, in der Ecke bin ich dann halt komplett dabei. Hey, sie ist gerade aufgestanden. Hast du gerade was von USB-Mikrofonen erzählt? USB-Headset, hör mal zu. Willst du mich verarschen, Jim? USB-Kopfhörer und jetzt setz dich da hin. Alex! Was ist mit dir? Was stimmt denn mit dir nicht? Das hab ich nicht so an hier. USB-Kopfhörer, sag mal. Ja, okay, fahr vor, Entschuldigung. Weißt du, wie schön das ist, dass du einfach nur ein USB-Wireless-Kopfhörer aufsetzen kannst und musst dir keine Gedanken machen über irgendeine scheiß Weiterleitung oder sowas? Ja, es gibt Wireless-Kopfhörer, die eine Basisstation haben und du kannst natürlich da einfach nur reingehen und das dann nutzen. Klar, keine Frage. Aber willst du dir einfach nur ein Wireless-Kopfhörer holen, der einfach so ein Standard-Gaming-Teil ist, in Anführungszeichen, ja, dann hast du, wie würdest du das bei deinem Stream-PC lösen? Weiß. Ja, ich geb dir jetzt quasi einen Gaming-Kopfhörer mit einem USB-Dongle und sage, viel Spaß. Wie würdest du den anschließen? Indem ich mir einen scheiß Converter kauf aus China für 10 Euro und das in XLR reindonnern, dann bin ich fertig. Ich versteh nicht. Wie soll das funktionieren? It fucking don't works! Doch, es gibt Dongle dafür. Für was? Für USB-Headsets. Da gibt's Dongle für. Und wenn nicht, dann kauf ich mir nicht so einen Schrott. Dann kauf ich mir ordentliche Kopfhörer mit einer Basisstation, womit ich halt auch in die Stadt fahren kann zum Einkaufen und dann immer noch was höre. Ich kauf mir doch nicht ein USB-Head mit Dongle, sag mal. Wer macht denn so einen Quatsch? Das ist doch... Alex, sowas macht man nicht. Für mich ist das ein riesengroßer Vorteil, dass ich genau diese Sachen benutzen kann. Ich kann, ich hab hier, ich hab hier... Ich hab hier einen kleinen Bluetooth-Dongle, ja, und kann hier quasi meine, fürs Telefon, diese kleinen In-Ear-Dinger mal eben da reinhängen und kann einfach sagen, während OBS läuft, das komplette Ding, kann sagen, okay, scheiße, das ist jetzt mein System-Sound. Und ich sag ihm OBS, okay, das ist jetzt mein System-Sound. Und ich habe den kleinen Bluetooth-Kopfhörer quasi da drin. Solche Sachen. Das kann ich auch machen, übrigens. Ja, in deiner Lösung geht das jetzt natürlich, wenn ich mir ein Mischpult für... Was hat das gekostet? Weiß nicht, 900, glaub ich. Wenn ich mir ein Mischpult für 900 Euro kaufen kann... Das hat damit nichts zu tun. Das ist einfach, kannst du Bluetooth-Dongle holen. Das Ding ist halt, du hast jetzt gerade auch nichts anderes da dran. Das ist auch Bluetooth. Ich kenn das. Ich hab früher... Pass auf, pass auf, ich weiß, worauf du hinauskommst. Ich hab mir früher auch so einen kleinen Dongle geholt, den ich einfach an den Line-Ausgang von meinem, an dem Kopfhörerausgang von meinem Mischpult angeschlossen hab. Und der hat Delay. Und hab den dann connectet zu dem. Ja, einen Delay hast du bei so ziemlich jeder Funkverbindung. Außer bei einer direkten Funkstrecke, die noch hochwertig ist und so weiter. Da ist das schon sehr Delay-frei. Das kann man auch messen und vielleicht auch, ne, anzeigen lassen. Aber das nimmst du nicht mehr wirklich wahr, ne? So in der Richtung. Ich sag nur, für mich ist das ein Vorteil, dass ich halt eben das Standard-Equipment, das du als Standard-User benutzen kannst, anschließen kann, ohne dass ich mir da gerne einen drüber machen muss. Okay. Das ist super. Okay. Das ist ein Vorteil. Ich möchte meine Echauffierung zurücknehmen. Verschuldigung. Ja, da hast du recht. So. Ja? Ich bin jetzt einsichtig und du hast damit ja auch recht. Für mich ist das immer nur schwer, also wirklich schwer, das zu akzeptieren, dass Menschen sowas machen. Aber da bin ich ja auch in einem ganz anderen Universum unterwegs als der, in Anführungsstrichen, Ortonormalverbraucher. So. Also, ja. Ist ein Vorteil, gebe ich dir recht. Das stimmt schon, das stimmt schon. Also, das ist natürlich eine Sache, wenn du den Anspruch hast, dass du es, ich sag jetzt mal auf nahezu Studioqualität produzieren willst, dann machst du das nicht. Wenn du die bestmögliche Qualität auf deinem Ohr haben willst, dann machst du eine Kabelverbindung. Da reden wir über die, sind wir in derselben Liga, im selben Spiel, in derselben Stadion. Ja? So, aber gehst du davon aus, dass du eine simple, einfache Lösung haben willst, die keinen Stress macht und du willst und jemand kommt zu dir an und sagt, du kannst mir beim Streamen helfen, ich hab das noch nie gemacht und du fragst ihn ja, was hast du denn und wie viel Geld willst du noch ausgeben? Und er sagt, ich will gar kein Geld ausgeben und ich hab einen Wireless-Kopfhörer, dann fängt der Spaß halt an. Ja. Aber diese USB-zu-XLR-Geschichte, die würde mich sehr interessieren. Ich würde mich freuen, wenn du mir da mal den Link raussuchen könntest. Ja. Demnächst. Ja. Ich werde dich drauf da nochmal ansprechen. Okay, was haben wir denn hier noch? Das mit dem Encoding haben wir vorhin schon zu lange besprochen, da gehen wir jetzt nicht nochmal rein. Hast du das als Vorteil? Entschuldigung. Für mich ist das Encoding sehr dicht dabei, bei Standard-Settings, Standard-Preset-Settings, wenn ich über die GPU encode oder wenn ich eine dickere CPU habe, dass ich halt gleichzeitig über den PC streamen kann. Wie gesagt, da könnten wir, glaube ich, eine ganze Folge drüber reden, was man da machen kann und nicht machen kann, aber dann sind wir irgendwann in der WDR Computer Club und ich glaube, das wird jetzt hier für den Anfang so ein bisschen den Rahmen sprengen. Vielleicht hat da ja irgendwann nochmal einer einen Wunsch und wir sollen machen dann eine extra Folge drüber. Okay. Genau, wir suchen dann diesen einen Tweet raus, der sich das gewünscht hat. Und dann so, ach, da, da, da. Da war's, Leute. Also ganz viele Leute haben sich das gewünscht in unseren DMs. Und hier seht ihr auch nochmal den Tweet, der ist wirklich gekommen. Und der Rabattcode kommt auch demnächst. Genau. Das erste Ding, was du hast, wenn du dir einen Stream-PC zusammenbaust und dann alles zusammenkloppt, ist, wo schließt du dein Mikro an? Das ist immer wieder eine Hürde, vor denen Leute scheitern oder dann irgendwie so Sachen machen wie zwei Mikrofone anschließen, eins an Game-PC, eins an Stream-PC, dann werden Y-Weichen benutzt und so weiter und so fort. Ja, wenn du ein gescheites Mischpult hast, kannst du natürlich dein Mikro auf dem normalen Main-Out ausgeben, also auf dem normalen Mix und du hast noch einen AUX-Ausgang als Beispiel und kannst darüber den Game-PC gehen. Oh mein Gott. Nee, Y-Weiche, da bin ich ja noch nie drauf gekommen, dass er der einfachste Scheiß EOS ist. Da hab ich ja noch nie dran gedacht. Ohne Scheiß, meine Y-Weiche macht das nicht. Nein. Wie es jetzt in deinem Kopf arbeitet so. Da bin ich ja noch nie drauf gekommen, dass man sich so ein Y-Stück da hinzimmern kann. Du musst halt natürlich ein bisschen mehr Game draufknallen, aber krass. Ja, mein Schatz sagt doch, das soll man so machen. Was ist mit Y-Weiche? Mit Y-Weiche, ja, weil die Person das selber hat. Hey, ganz ehrlich, derjenige, der das gerade geschrieben hat, du bist der König, weil du hast so simpel gedacht, du hast alle Ingenieure, die sich tausend Mischpulte hingestellt, da hast du einfach mal komplett hops genommen. Hast du wirklich. Also kann man klatschen für. Da wär ich im Leben nicht drauf gekommen. Am Daddl-Junkie. Ach, Daddl-Junkie war es? Nee, der nicht. Nein, Spaß beiseite. Ich war stark Daddl-Junkie, wirklich. Also echt jetzt. Das kommt ganz aufrichtig von mir. Hätte ich nie dran gedacht. So bei einem Single-PC kannst du dir theoretisch natürlich auch ein Mischpult sparen. Du brauchst es eigentlich nicht. Ein Mischpult ist für mich jetzt aktuell auch nur noch ein Gerät, um meine Audioquellen, die extern sind, gleichzeitig aufzunehmen, zum Mischen und in den PC zu bringen. Wenn du einen Single-PC hast, kannst du theoretisch ein Audio-Interface benutzen, USB-Mikrofon. Ich weiß, ich bin auch kein Freund von Mikrofonen, die über USB laufen, aber es ist halt, ne? Es gibt einige, die haben mittlerweile schon eine ganz ordentliche Sprachqualität am Ende und ich weiß, dass wir in deiner Welt, in unserer Welt, da die Qualitätsansprüche vielleicht ein bisschen höher sind. Aber das ist ein anderes Thema. Dieses Gefummel, wie du das Mikrofon quasi auf beiden PCs gleichzeitig reinkriegst, ohne Qualitätsunterschied zu haben, da gibt es ja dann auch wieder mit Weiterleitung, mit hier und gibt es auf dem Ausgang aus und so weiter, ne? Weg. Ist nicht da. Es ist einfach komplett weg. Ich springe mal eben kurz zum nächsten, weil ich habe das Gefühl, dass nur ich die ganze Zeit labere und ich möchte, dass wir gleich noch sehr viel über den Stream-PC reden. Das ist absolut, der Du, das ist okay. Wenn ich was dazu einbringen möchte, kann ich ja, also fahr fort, ist okay. Ist ja auch deine, deine in Anführungsstrichen Seite. Wir haben kein Audio-Gefummel, was den Hardware-Part angeht. Mit Ausnahme, wie gesagt, haben wir vorhin schon vorgegriffen mit einem Wireless-Headset, das eine Basisstation hat. Das Audio-Gefummel stellt auch eine Menge Leute vor unlösbare Probleme. Wenn man das erste Mal so ein Mischpult sieht und nicht versteht, wie das Mixing funktioniert, ich nehme mich da nicht aus. Ich stand da am Anfang auch und die erste halbe Stunde war ich komplett lost. Ja. Ja, warum kauft man sich die Scheiße denn überhaupt, wenn man davon keine Ahnung hat? Jetzt sagt man nicht, weil irgendein Dödel das im Internet gesagt hat. Weil man sein Audio-Game einen Step weiter nach oben bringen wollte. Naja, dann musst du dich doch aber vorher schon damit aus dem... Dann muss man sich damit beschäftigen. Richtig. Und dann weißt du doch schon, wo was reinkommt oder nicht. So, aber das Audio-Gefummel hast du natürlich auch, wenn du ein Mischpult an den PC anschließt, wenn du nur ein Mikro halt anschließen möchtest. Aber es wird halt komplexer, je mehr Geräte involviert sind. Und wenn man sich mal so deine Anschlussgrafik anschaut, also da sind schon ein paar Kabel mehr zu verlegen. Würde ich mal so behaupten? Nee, geht noch. Okay, ist da so ein bisschen Platz. Weitere riesengroße Vorteile, wir haben keinen Tiering beim Capturen. Oh, die, doch. Oh, das ist ein Totschlagargument. Danke. Das ist noch nicht mein Totschlagargument. Das ist ein Totschlagargument? Nein, das ist noch nicht mein Totschlagargument. Das ist ein Totschlagargument. Aber ist auch scheißegal, weil Freezing regelt. Das ist korrekt. Das ist korrekt. Also die Kurzfassung davon eben ist, wenn du eine Capture-Karte anschließt das erste Mal und greifst dein Gameplay ab, freust dich, hey, mein Spiel ist hier. Und du fängst an zu streamen, du läufst in Battlefield auf Noscher Kanäle Battlefield 3 rum und du läufst es erst mal bei den Containern vorbei. Dann sagt dein Chat auf einmal, was ist da los? Ist ja alles, was ist das da? Ist das Tiering? Weil das Bild an den Stellen halt so komplett zerschnitten wird in der Richtung. Ja. Und es gibt genügend Spiele, auch hier wieder alle möglichen schnellen Spiele zu nennen. Da hast du dieses Tiering. Ich kann das selber nicht 100% erklären, woher das genauer kommt. Aber es liegt natürlich daran, dass ich zum Beispiel dann in, ich sag jetzt mal, 144 Hertz spiele. Das Spiel schwimmt irgendwo zwischen 100 und 120 hin und her. Und auf dem HDMI-Ausgang wird das halt einfach nur gnadenlos mit 60 FPS rausgeballert, mit 60 Hertz wiedergegeben. Und die Capture Card versucht, verzweifelt einfach nur die Bilder, die reinkommen, aufzunehmen, aber hat keinerlei Synchronisierung. Und jetzt kommt Nils wieder mit einer Datapass-Capture Card als Beispiel, die 2000 Euro kostet, mit der man das zum Beispiel nicht hat, weil es da eine Art Synchronisierung gibt, nehme ich mal an. I don't know. Nee. Aber da gibt es einen Trick. Erzähl mir den Trick. Der Trick ist, dass du deiner Capture-Karte sagst, wie viel Frames du da rein donnerst und die angleichst mit dem HDMI-Ausgang und dann kriegst du auch kein Tiering mehr. Und am besten wäre, also am besten wäre wirklich, wenn du 144 Hertz spielst, 144 Bilder hast, 144 Hertz auf dem HDMI-Ausgibst und deine Karte 144 Hertz frisst. Weil das Tiering entsteht nämlich nur, weil die unterschiedlichen Ausgänge und Geräte nicht miteinander simultan laufen. Kommunizieren, ja. Genau. Und genau dadurch… Wir kommunizieren nicht miteinander, es gibt keinen Rückhandel, ja. Richtig. Und das habe ich nämlich, schöne Grüße gehen raus an Two Flowers. Was mein Lieber? Ich hatte früher in meinem Stream Screenthearing drin. Aber nicht auf meinem Bildschirm. Nur im Bildschirm. Und ich habe gesucht wie ein Irrer. Und weißt du, was es nachher war? Mein HDMI-Port, der rüberging an meine Capture-Karte, stand auf 60 Hertz. Und dann hat nämlich drüben die Capture-Karte immer 60 Hertz erkannt. Ich habe aber 144 Frames gespielt und dann war er kompletter Clusterfuck. Danach war olle olle. Ich habe das bei mir natürlich so eingestellt, dass ich Windows auf meiner Game-PC-Seite gesagt habe, hier, dieser Port kann nur 60, hier bitte nur 60 anlegen. Ja. Aber auf der Capture-Karte-Seite kenne ich das nicht, dass man dem noch explizit mitteilen kann oder muss. Ich würde auch mal behaupten, dass die Consumer-Capture-Karten das nicht können, Fragezeichen. Doch, also ich glaube, dass du das dementsprechend auch durchgeben kannst. Das Ding ist halt, ich habe eine Mage-Ray-Capture-Karte und dort gibt es einen, Gott, wie heißt das Pfeil jetzt? Da drinnen kannst du halt, wie bei X264, was war das denn? Auch Mage-Ray, oder? Das ist ja die Pro-Capture, habe ich schon gesehen. Beste Capture-Karte in EO-West. Heißt du, du kriegst nicht tot. Ist so. Wobei, Elgato, ich meine, Elgato hat schon ein gutes Ding rausgebracht. Aber nur für Kameras. Was anderes würde ich da nicht ranstecken aus der Kamera. Also, lange Rede kurzer Sinn, jetzt habe ich, achso, du kannst dort Parameter auch wieder angeben und kannst die da auch genau eichen und deswegen sind die Dinger ja auch pro-Zoomer und nicht pro-Zoomer. Okay. Jedenfalls hast du bei dem ursprünglichen Beispiel, du hast kein Turing beim Capturen, weil alles komplett synthetisch läuft. Du hast kein Signal, was auf HDMI ausgegeben wird und das muss dann wieder gecaptured werden, also Bild für Bild versucht aufzunehmen, sondern du hast halt eine rein virtuelle Lösung. Das ist ein riesengroßer Vorteil. Aber auch, wie gesagt, mit dem Nachteil, dass natürlich, wenn der Entwickler sagt, nein, ist nicht, das Spiel darf nicht gecaptured werden, dann sagt OBS, ja, sorry, Dude, also das Spiel darf ich nicht capturen, schwarze Bild. Ist halt so ein Ding. Ein weiteres Ding, was für viele von uns sicherlich kein großes Problem darstellt, aber für andere dann doch ein riesengroßes ist, ist der Platzbedarf. Wenn du einen zweiten PC hast, ja, du kannst natürlich alles in ein Gehäuse packen, ja, du kannst mit dem KVM-Switch arbeiten, dass du keine Maus und Tastatur brauchst, ja, du kannst mit Synergy und mit Mouse Without Borders arbeiten und so weiter und so fort, was bei Fullscreen-Spielen übrigens auch nicht geht. Ja, also es geht schon, aber es ist halt sehr unpraktisch, also es ist halt sehr anwendungsbezogen. Du brauchst natürlich bei zwei Computern mehr Platz und ich weiß nicht, wie viele Monitorer du denn deinen Stream-PC angeschlossen hast, ich tippe auf zwei oder drei? Zwei. Zwei, ja. Ich bin immer mit einem ausgekommen, ich habe alles auf einen Monitor gequetscht, ne, das war dann schon ausreichend. Das ist eine Sache, die braucht man nicht wegdiskutieren, ne, also viel Hardware braucht halt einfach viel Platz und wenn du nur eine kleine Ecke zur Verfügung hast oder dein PC in deinem Wohnzimmer steht und du wohnst mit mehreren Leuten da, dann kannst du nicht irgendwie einfach hingehen und sagen, so, hey, ist mir scheißegal, ich baue jetzt hier einfach meine Hardware immer weiter in den Raum rein, so, ne. Geht trotzdem, by the way. Ja, müssen wir nicht machen. NDI gar nicht erst erwähnt. Über NDI und solche Lösungen reden wir absolut ein andermal noch komplett, das sind für mich jetzt keine Vor- und Nachteile, weil es hat alles Vor- und Nachteile. Ja. Aber dieser Herr da drüben hat eine NDI-Lösung für einen Racing-Rig aufgebaut, die ist sehr cool, sehr bemerkend, es wird cool. Jetzt bin ich ein bisschen raus und mein größtes Argument hast du mir gerade schon geklaut. Aber warte, ich muss noch kurz reingrätschen. Ja, bitte. Sega, also meine alten Zuschauer, wie heißt dieses Sprichwort, mit der noch in der kleinsten Ritze ist Platz. Also, äh, für einen Bildschirm 24 Zoll hat jeder irgendwo Platz. Weil, ihr müsst auch immer vertikal denken. Das Problem ist halt, Menschen denken nie vertikal und stellen ihre Drecksrechner nämlich immer auf den Tisch. Und wenn sie die Scheiße nicht immer auf den Tisch stellen würden, hätten sie auch genug Platz. Also, Platz ist kein Argument. Monitore kann man stapeln. Ich weiß, was du meinst. Ich hab mein Stream-PC extra in ein so kleines Gehäuse gebaut, dass er in ein Ikea-Regal passte. Ja, also, weiß es, weiß es, äh, damals Corsair-Gehäuse, Corsair R240, super Ding, super Ding. Passte da rein, reingeschoben, eingeschlossen, keine Hitzeprobleme, kein gar nichts, alles im grünen Bereich, hat sich vorne Luft gezogen, nach hinten rausgepustet, die Wand da hinten war immer schön warm, man kennt es. Aber, ähm, ja, gebe ich dir recht, man kann sich halt auch die Sachen so aufbauen, dass sie halt wirklich unnötig Platz nehmen. Und ich bin auch kein Freund davon, einen Computer, zwei Computer in ein Gehäuse einzubauen. Das ist cool, keine Frage, gibt's aber auch schon seit Ewigkeiten, ähm, aber die Nachteile überwiegen dann für mich. Ja. So, du kannst, du kannst wieder nicht dran rumschrauben, wenn, 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 wenn einer von den beiden Computern an ist, du, die, die Gehäuse sind manchmal sehr teuer. Ja. Also, ja, sorry, ich hab grad einen Funkspruch reinbekommen. Ähm, die, die Gehäuse sind teilweise sehr teuer und, ähm, ich seh da keinen, keinen Sinn drin, also ich möchte das so modular haben, dass ich dann doch beide wieder aufbauen kann. So, und jetzt mein Totschlagargument, das hast du mir vorhin schon geklaut. Moment, 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 was denn für ein Funkspruch? Ist bei dir ja jeder im Discord, der dir einen Funkspruch durchgibt? Ich habe Escape from Tarkoff im Hintergrund noch auf. Warum? Ja, weil ich's vergessen hab zu schließen vorhin. Ja, der macht's doch endlich zu, verdammt. Das mach ich doch auch gar nicht. Das hast du doch vorhin schon gesagt, ey. Okay, Alex, gib mir deinen Totschlagargument. Okay, box mich weg jetzt. Das Geld. Ein Streaming-PC ist für mich deshalb, ähm, so von Nachteil, weil man halt so wahnsinnig viel Geld dafür ausgeben kann. Kann, ist hier eine Betonung? Kann, genau, ja. Natürlich gibt es günstigere Lösungen auch, über einen Dual-PC zu gehen, keine Frage. Aber, äh, wenn ich, wenn ich einen PC hier stehen habe, mit dem ich alles machen kann, mit Nachteilen natürlich, und du musst immer abwägen, ob die sein, ein Nachteil für dich so schwer gewichtet, dass du wieder Bock oder keinen Bock drauf hast, aber wenn ich, wenn ich mir überlege, dass ich jemandem den Rat geben sollte, hey, geh sofort auf ein Dual-PC-System und der mich anguckt und sagt, wo krieg ich die Grafikkarte her, wo krieg ich das her, wie soll ich mir, was, wie viel, was für Kosten hab ich denn da noch so, ah, ich hab noch eine schlechte Nachricht, das Audiosystem wird ein bisschen schwierig aufzubauen und eine Capture-Karte brauchst du auch, aber, ah, geh besser nicht auf die, sondern gibst du vorhin irgendwie 500 Euro dafür aus, so, da springt mir einer mit einem Arsch ins Gesicht, so, ne, mit einem Sackten Gesicht ins Arsch, genau. Also ich sag mal so, äh, auch hier an der Stelle würde ich zwischen Consumer und Prosumer unterscheiden. Wenn du damit deine Knete verdienst, ist das dein Arbeitsmaterial. Und da gibt's gar keine Diskussion, ich bin der Meinung, jeder sollte so ein Ding da stehen haben. Es gibt keine Ausrede dafür, keinen, es gibt wirklich keine Ausrede dafür, keinen Streaming-PC zu haben. Gibt's nicht. Gibt es nicht. Wenn das deine Knete ist und du deine Zuschauerschaft liebst, hast du so ein Ding zu Hause. Und das ist mein fester Standpunkt, da gehen alle Grüße da draußen an alle Streamer, die ihre Communities nicht lieb haben und keinen zweiten PC haben. Es gibt absolut gar keinen einzigen Grund. Keinen. Wenn du das als Arbeit hast, weil nämlich Kosten ist ein Totschlagargument und das ist richtig, dass du keinen Computer hast. Keinen zweiten. Gibt es nicht. Es gibt keinen einzigen Grund. Gibt es nicht. Es gibt weder, es gibt keinen Platz. Gibt's nicht. Ich hab nämlich schon in die allerkleinste Kackritze so ein Setup reingebaut. Es gibt keine Ausrede mit, ich verstehe die ganzen Kabel nicht und das ist mir zu kompliziert. Gibt's auch nicht, weil das wie Lego ist. Oder du hast Freunde, die das für dich machen. Und ach, such dir alles aus, Mann. Leute kaufen sich so viel Schabernack und haben davon gar keine Ahnung. Wenn ich sehe, was Leute mit ihren Sony-Kameras machen, da wird mir schlecht bei. Die sehen alle aus wie, weiß ich nicht. Ja, also ich hab mir extra 60 Frames gekauft und übertragen halt einfach in ein Fünfzigstel, obwohl der ganze Trick an der Sache ist, du musst mindestens ein Hundertstel streamen, damit du, äh, egal, reden wir nicht drüber. Aber, ja, du hast recht, aber trotzdem, äh, nee, dennoch würde ich das unterscheiden in Prosumer und Consumer. Der Konsumer, der gerade anfängt zu streamen, für den ist das absolut nicht tragbar. Ist es nicht. Das ist viel zu teuer. Und da gebe ich dir recht, Alex, dass das definitiv nicht gut ist. Wenn du damit deine Knete verdienst und das dein Arbeitsmaterial ist, hast du so ein Scheißding zu Hause zu stehen. Und zwar mit allem, was da reingeht. Alles. Von oben bis unten eingedeckt. Und jetzt können wir natürlich wieder alle Punkte nehmen, die Alex gerade genannt haben und können die in Schall und Rauch wegmachen, weil wenn du nämlich damit deine Knete verdienst, hast du live zu sein. Und dann hast du nicht zu schreiben, hey, sorry, Leute, ich kann heute nicht, ich hab ein PC-Problem. Oder, hey, Leute, ich muss mal ganz kurz neu starten. Oder, hey, Leute, ich hab grad kein Internet. Oder, hey, Leute, sorry, ich kann das Game nicht capturen. Das sind alles Sachen, die hast du gewissermaßen, und das ist mein Anspruch, und ich würde mir wünschen, der wäre da draußen öfter so, dass Leute den Quatsch nicht ständig schreiben müssen. Und dafür kaufst du dir nämlich so eine Schüssel. Und genau dafür steht in diesem Zimmer so viel Scheiße, und genau dafür stehe ich mit meinem Namen, dass das nicht vorkommt. In 365 Tagen im Jahr passiert das vielleicht einen einzigen Tag, und da hat er wirklich mal ganz viel schlechte Laune gehabt. Und das ist ein Anspruch, den sollten Leute generell einfach mal haben. Weil wir nämlich nicht mehr in 720p-Zeiten leben, wir leben nicht mehr in Zeiten, wo wir einen Upload von, was hast du früher gehabt, 1? 0,9. 0,9 haben, sondern wir leben in Zeiten, wo wir einfach dicke DSL-Leitungen zu Hause haben, und für unseren Stream ja wohl mal irgendwas machen wollen. Und wenn ich auch immer Menschen sehe, die ihre ganzen Computer in die Küche tragen, da werde ich immer ganz fuchsig bei. Da steckt halt keine Liebe drin, und das verstehe ich nicht. Weil ich lieb meinen Stream. Das ist mein Baby. Da steckt so viel Liebe drin. Und wenn ich das immer sehe, würde mir halt einfach so, ja, hab ich halt keinen Bock drauf, mich damit zu befassen. Das ist dein fucking Job, befass dich doch damit. Oder frag irgendjemanden. Tu doch was für deine Zuschauer. So. Und jetzt können wir mal gerne die ganzen positiven Punkte, oder, nee, warte, du möchtest bestimmt auch. Ich bin gerade so ein Pfad. Nein, nein, nein. Ich finde das gerade sehr schön, wie du mich da so richtig schön reingeredet hast. Ich gebe dir 100% recht, weil wir haben gar nicht beleuchtet, aus welchem Standpunkt wir das jetzt hier mal so machen. Wenn man sich Twitch so anguckt, es gibt eine Menge Partner, es gibt eine Menge Affiliates, es gibt eine Menge Leute, die nebenbei sowas machen. Und ich behaupte einfach mal, selbst wenn du Partner bist, die meisten davon machen das halt nicht fulltime, machen das so ein bisschen nebenbei und so weiter. Und da hältst du deine Kosten natürlich klein. Und da gibst du natürlich nicht mal eben noch ein paar tausend Euro nebenbei für was auch immer aus. Weil du halt eben nicht ein paar tausend Euro nebenbei hast. Ist so. Aber ich gebe dir natürlich recht, das Thema Arbeitsmaterial ist gar nicht wegzudiskutieren. So, das ist so, wie wenn du aus einem Schuhschrank halt irgendwie streamst. Ich kenne sogar jemanden, der aus einem Schrank streamt, by the way. Debi Torbank. Debi Torbank ist, glaube ich, auch in so einer kleinen Kammer drin. Was übrigens cool war. Das war wirklich cool. Aber hat er die noch? Er ist doch in den Keller. Ich bin da gar nicht up to date gerade. Sorry. Weiß ich gerade auch nicht. Ja. Nee, also ich habe das die letzten Jahre ja seit, ich weiß nicht, seitdem wir ein bisschen professioneller da angefangen haben, zu streamen. Ich habe ja wirklich jedes Mittel mitgenommen, über das, das man irgendwie verfügen konnte. Also ob das die Webcams über USB waren, dann ein bisschen über die Sony-Cams. Ich musste auch das lernen, wie man die Kamera einstellt, in Anführungszeichen. Dass du halt über einen gewissen Wert halt irgendwie gehen musst. Dies, das und so weiter. Und das hat alles seine Vor- und Nachteile. Und ich gebe dir auch recht, die Ausrede zu sagen, so, ja, mir ist heute das und das kaputt gegangen und ich kann jetzt nicht weitermachen. Das sollte dir fulltime nicht passieren. Aber auf der anderen Seite kann ich jeden verstehen, der sagt, ich schiebe jetzt lieber dieses Argument einmal vor, weil dann nehme ich mir heute nochmal einen Tag offline sozusagen. Aber dann sagt das doch auch. Man sagt doch auch, hey, meine Karte ist kaputt, ich hole mir eine neue und ich mache heute einen Tag auf. Das ist doch kein Problem. Aber ich verstehe, dass da die Ansprüche unterschiedlich sind. Und das soll jetzt auch keine Ausrede sein. Kannst du machen. Ist meistens auch sinnvoller. Also ist es wirklich. Nur denke ich halt immer, man kriegt, also sind wir mal wirklich ganz ehrlich, ganz kurz. Und ich weiß, das wird bestimmt vielen Leuten, wenn die das wieder hören, wird das denen nicht schmecken. Aber wir sind einfach völlig überbezahlte Clowns im Internet. Völlig überbezahlte Clowns. Also wir sind jetzt, du vielleicht noch nicht ganz so sehr, ich ein bisschen mehr. Und dann gibt es ja noch Leute, die sind noch viel überbezahlt. Da wird es ja wohl mal bitte drin sein, sich zu Hause was Vernünftiges hinzustellen. Oder nicht? Ich könnte dir sehr potente Leute zeigen, die ... Auf einem Computer streamen. Die sehr potente RGB-Dinge in ihrem Studio eingebaut haben, aber wo du mit den Ohren schlackerst, wie sie manche Sachen eingestellt haben. Weil du denkst so, es kann nicht sein, dass er einfach niemanden in seinem Umfeld hat, der ihm einfach mal sagt ... Doch, hat er, aber möchte er nicht. Ja, verstehe ich, verstehe ich. Da sind wir wieder an dem Punkt. Leute denken halt immer, dass du bei der NASA gewesen sein musst, um das zu haben. Ich verstehe Menschen, die mir das sagen. Also ist nicht so, als wenn ich das nicht nachvollziehen kann, wenn mir jemand sagt, nee, ich glaube, das ist für mich nichts. Das Ding ist aber, sie haben es nie ausprobiert. Und das finde ich immer so schade an der ganzen Sache, weil du einfach, du hast so viele Möglichkeiten, dass du hast, also ich sag mal so, du warst noch nicht mal über den Tellerrand mit deinem einen einzigen Computer. Warst du nicht. Kurze Frage. Findest du, dass das mit dem, dieses, oh, das ist mir zu kompliziert, ist das, ist das, wird das, ist das mehr geworden oder ist das weniger geworden? Es ist mehr geworden, ja. Weil ich, also auf meiner Seite kommt das eher weniger an. Ich hatte so das Gefühl, dass man vor einigen Jahren, war diese Hürde, oh Gott, wie, was muss ich denn eigentlich tun, um live zu gehen. Das war so unüberwindbar. Und ich habe so das Gefühl, dass das deutlich weniger geworden ist. Die gibt es natürlich immer noch. Und es gibt auch Leute, denen kannst du eine Stichwortliste schreiben, wie sie, eine Checkliste schreiben, wie sie live gehen können. Und sie kriegen es trotzdem nicht hin. Und das ist auch okay. Jeder muss, hat seinen eigenen, ne, Lernprozess und so weiter. Aber. Weißt du, warum es weniger geworden ist? Weil es. Weil es immer mehr Tutorials gibt mit, oh, na kauf dir ein 5900X und dann kannst du einfach auch streamen. Aber kein Pimmel sagt dir, dass das auch seine Grenzen hat. Das hat sogar eine sehr, sehr große Grenze. Ne, eine sehr einfache Grenze. Weil zum Beispiel, also nur mal weird flags, I know, aber wir sind hier in einem Hardware-Cars. Ich kann 10 fucking HDMI-Geräte in meinen Rechner reindonnern. 10. Also 10. Hier im Zimmer hängen 5, Capture Card, den ganzen anderen kleinen Radar. 10 Stück kann ich hier reinhämmern. Ich muss keine USB-Kameras kaufen. Ich habe keine Scheiß-Qualität mehr. Habe ich nicht. Das kann ich aber in einem Computer nicht machen. Und das Problem, was viele Leute nicht haben, die Weitsicht zu sagen, boah, was ich damit alles machen kann. Genauso wie ein IRL-Setup zu haben. Nur es zu besitzen. Ist einfach Gold wert. Weil du kannst morgen einfach sagen, wisst ihr was, Leute? Wir fahren an der Ostsee. Und tschüss. Und kannst dabei arbeiten. Ich verstehe diese Weitsicht der Menschen nicht. Also, natürlich hat man immer andere Prioritäten. Und das ist auch so eine Sache, die muss ich lernen zu verstehen, dass Menschen andere Prioritäten haben. Dennoch, in deinem Job kannst du das doch machen, oder nicht? Du kannst dir doch alle Möglichkeiten aufhalten. Also, es gibt bei mir, bis auf Musik kann ich alles machen. Und Musik kommt bestimmt auch noch. Da sehe ich mich auch noch so. Kurze Frage. Spielst du überhaupt ein Instrument? Nö. Aber das, doch, Nasenflöte. Oh, das Thema. So. Also, Nasenflöte kann ich auch. Mundharmonika kann ich auch. Aber da sehe ich mich auch nicht. Du solltest dir als erstes eine Loopstation holen. Dann kannst du reinbeatboxen und dann zur Nasenflöte dazu spielen. So ein Ding möchte ich gerne haben. Aber ich habe mich noch nie dazu durchgerungen. So. Wollen wir noch irgendwie Argumente aufziehen, bevor ich hier so ein bisschen eskaliere? Das Ding ist, ich verstehe deinen Standpunkt. Du sagst einfach ganz, also dein oberstes Prioritätsargument ist halt einfach, pass auf, wenn du das als deinen Job bezeichnest, dann solltest du das bestmögliche Arbeitswerkzeug besitzen, dass du eine doppelt so hohe Ausfallsicherung hast wie jeder andere und du brauchst, dass du im Prinzip immer live sein kannst, weil, verdammt nochmal, du verdienst damit dein Geld. Du machst keinen Post auf Twitter von wegen, hey Leute, wäre trotzdem cool, wenn ihr weiter subscriben würdet. Oh, ohne Scheiß, ich habe noch nie in den letzten Jahren jemanden gelesen, der sowas geschrieben hätte, aber ich bin mir sicher, dass es dann auch gemacht werden würde. It's only five dollars, Bob! Wissigerweise haben wir vorhin schon mal über die Dame gesprochen und dieser Aufstand hat ihr nur Positives gebracht in finanzieller Hinsicht. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ist mir ja auch... Das ist... Ja. Also... Das ist, glaube ich... Ja? Ja. Ich glaube, die war gerade mal wieder gebannt auf Twitch, aber... No. I don't know. Also grundsätzlich gebe ich dir recht. Ich habe schon sehr früh versucht, immer in die Hardware-Richtung zu gehen, was so das Capturing angeht. Ich hatte erst die Magewell Dual aus der Pro-Sumer-Familie oder aus der Pro-Familie. Die ist jetzt in meinem Küchen-PC und capturet da quasi zwei Camps. Dann bin ich auf die Magewell mit den vier Inputs gegangen. Kann ich also nur sagen, abgesehen von diesem kleinen, ekelhaften Lüfter, den ich ausgebaut habe, ist das die beste Capture-Cart, die ich bisher habe und auch hatte. Und ja, die Elgato-Karte macht wirklich sehr viel richtig. Ich habe bisher nur die Nintendo Switch dran angeschlossen. Also über PC und andere Konsolen kann ich da nicht viel sagen. Aber willst du... Warum sagst du, du schließt da besser kein PC-Signal oder keine Konsole dran an? Weil ich denke, dass die nicht potent genug ist, das abzukönnen. Alles vier gleichzeitig in so einem Ausmaß. Weil ein Bildweiter... Also ein Bildsignal von einem Rechner ist nochmal was anderes zu verarbeiten durch die Herzzahl als die Switch. Ja. Also auf der Magewell-Karte kann man ja sehen, weil sie ja kein Gehäuse hat, dass wir hinter jedem Input quasi einen eigenen Chip haben. Ich denke mal, der ist komplett nur für den Eingang da. Also sprich, dass wenn das Signal... Allein durch die Anordnung das Signal, das über den Port reinkommt, wird halt da weiterverarbeitet. Vielleicht habe ich die Capture-Cart von Elgato ja auch als erstes aufgeschraubt und reingeschaut. Die hat keinen... Die hat keinerlei Kühlkörper auf den Chips. Nicht so wie bei dieser Magewell. Ich habe sie aber nicht gemessen, wie heiß sie wird. Die hat keinen aktiven Lüfter, die hat keinen Kühlkörper da drauf. Die hat im Prinzip auch diese vier Input-Chips, nennen wir es jetzt einfach mal, und hat zwei sehr potente oder sehr großflächige Chips da verbaut hinter dem Teil. Und alleine, dass der Hersteller der Meinung ist, er muss sie nicht kühlen, sagt mir, okay, das Signal, was wir ja maximal verarbeiten müssen, also 4K30, verursacht nicht so viel Last und Hitze, dass wir das extra abführen müssen. Ja. I don't know. Aber es ist auch nicht weiter wild. Also, es ist ja auch Cam Link Pro. Cam Link Pro. Genauso. Das heißt ja nicht Capture-Cart Pro für Computer oder ähm, äh, Dings hier. Sag schnell. Da würde mir auch, also wirklich, mir würde im Leben nicht einfallen, da, äh, was anderes außer eine Kamera reinzustecken. Ich probier das aus. Ja, hab ich auch schon ganz kurz drüber nachgedacht und dann hab ich mir da, nee, da drunter sind noch vier Ports von Mageback. Ich hab, ähm, ich hab hier, äh, direkt nebenan, also direkt hier, äh, am Ende meines Arms, äh, steht noch der, mein letzter Gaming-PC, da ist halt quasi auch, ähm, also über den könnte ich auch sofort live gehen, also auch inklusive dieser ganzen Overlays und der ganzen Kram. Das heißt also, das ist meine Ausfallsicherheit, in Anführungszeichen. Und, ähm, im Grunde kann ich dem ja sagen, baller mir das Videosignal raus, ne, dann spielt an der Kiste jemand, also ich kann das hier problemlos testen. Ja. Probier das aus. So ist das. Ähm, Weißt du, was ich richtig toll finde? Was denn? Dass du diese Begeisterung dafür hast, das auf dieses Level zu bringen, dass man sich nicht fragt, hm, wenn ich jetzt aber da bin, wie, wie, hat der ein zweites Mikro? Weißt du so? Wenn du Besuch hast, dann ist, glaube ich, bei dir das letzte, das letzte Problem, wie, wie kriegt man jetzt, ja, der muss ein bisschen näher an das, an das Hauptmikro ranrutschen, damit man die Person auch verstehen kann oder sowas. Das gibt's bei dir gar nicht. Nee. Finde ich sehr gut. Du könntest dich auch in einen anderen Raum setzen, meinetwegen, wenn du da Bock drauf hast. Das geht auch. Verstehe. Ich würde aber trotzdem noch mal ganz kurz meine, meine Liste durchgehen, weil, Ja, bitte. Ich hab da so ein bisschen auch den Bedarf, das mal anzusprechen. Und zwar, nehmen wir doch einfach mal das Totschlag-Argument, Aha, Alex, Gönnung, warte, das gute 1800er? Was ich jetzt nicht verstehe, das mit dem 1800, du meinst damit, das Natrium, oder? Nee, Hydrogen-Carbonat. Das Hydrogen, Entschuldigung bitte, das Hydrogen-Carbonat. Richtig. Und da sind 1816 drin, deswegen heißt das immer das 1800er Torpedo. Also, ich hab das Wasser gekauft, weil's mir am besten schmeckt und aus Glas, ne? Ja. Aber Hydrogen-Carbonat scheint auch ein valides Argument dafür zu sein. Ja. Also ja, bitte verfolgt, ich wollte dich nicht unterbrechen. Nee, das ist auch sehr wichtig, das hat mir Stuhlsen erklärt. Dankeschön an der Stelle, weil je höher der Hydrogen-Carbonat ist, also Hydrogen-Carbonat ist etwas, geht so in die Richtung von Natron und ist hemmend für Sodbrennen. Dementsprechend unfassbar gut für deinen Körper, wenn du so schlecht verarbeitest oder viel fettig ist und dann Probleme hast. Also, ist gut. Hashtag Geroldsteiner. Geroldsteiner, ruf doch mal an, der Podcast braucht noch einen Sponsor. Sponsoring, absolut. Für den Podcast haben wir den aber gar nicht auf die üblichen Quellen hochgeladen, oder? Also, ich hab, der ist bei mir bei YouTube auch schon. Wir sollten uns nach zwei, drei Folgen mal darüber unterhalten, wie wir das hier, ne? Ja, dass auch Interesse besteht. Vielleicht haben wir uns denn ja auch leer, oh, vielleicht haben wir uns ja auch leer gequatscht. Nach zwei Folgen, meinst du? Ja, vielleicht. Das glaube ich eher weniger, aber das ist okay. Ich meine, wir haben jetzt schon 19.15 Uhr und ich habe noch nicht mal angefangen, okay? Okay, ich unterbreche dich nicht weiter, hau raus. Also, die Kosten. Sind wir mal ganz kurz realistisch. Also wirklich, ich mache mal on top, aus dem Kopf raus, was sich das kosten würde, wenn du ein PC schon hast, auf dem Dual-PC zu wechseln, würde ich jetzt einfach mal so ganz frech 5.000 Euro in den Raum schmeißen. So ganz frech. Und dann hast du schon, ich glaube, dann hast du schon alles so drinnen, wo du sagst, ja, geht. Kann man machen. Ist teuer. Ist wirklich hundsteuer. Wenn ich jetzt mal mich zurücklehne und hier gucke, kann ich euch sagen, kannst du dir ein scheiß Auto in deine Wohnung stellen. Kannst du. Wenn du das möchtest, kannst du das tun. Und das ist definitiv ein valides Argument und das würde ich niemals jemandem empfehlen, der anfangen möchte zu streamen. Es ist nicht nötig. Selbst wenn du schon einen Computer hast, selbst wenn, wird es dann auch teuer. Und zwar viel teurer noch. Weil du brauchst dann was, um deinen Sound zu transportieren. Und ich rede jetzt nicht von Ghetto-Lösungen mit zwei Soundkarten, so wie früher und das hin und her. Habe ich auch gemacht. Habe ich auch gemacht. Genau. Und wie scheiße war es? Wenn man es einmal eingestellt hat, war das sogar eine sehr gute Lösung von der Qualität her. Ja, wenn. Richtig. Und dann wollte man was ändern und das Wenn war dann wieder weg. Also kann man auch alles machen. Und es ist auch... Hey, hey, hey. Moment, Moment. Da greife ich jetzt mal eben kurz ein. Na klar. Wir reden hier nicht über Koaxialkabel. Wir reden hier schon über Glasfaser, also optische Kabel. Optische Kabel, ja. Ja. Also jetzt mal Spaß beiseite. Du bist aus dem Game-PC optisch rausgegangen über eine Stereo-Mix-Funktion, die die Soundblaster-Karten mitgegeben haben. Ja, ja. Das war quasi latenzfrei. Hast das quasi dann in den optischen Eingang auf der anderen Seite beim Stream-PC gegeben und hast dann das Mikro an den Stream-PC angeschlossen. Da war es dann in der in Anführungszeichen guten Qualität, also ohne, dass das irgendwie zweimal irgendwie verwurstet wurde. Ja. Und hast das Mikro dann noch zusätzlich auf dem optischen Ausgang ausgegeben und bist dann wieder zurück in den Game-PC gegangen und hast gesagt, das ist jetzt bitte dein Mikro. Richtig. Also es funktioniert, ist aber kacke. Weil die Einstellungsmöglichkeiten da sehr limitiert sind. Genau. Das hat sehr viel mit Tabben zu tun und wir haben ja eben gerade von Alex schon gelernt, Tabben ist nicht so geil, also möchte man halt auch alles so bauen, dass man nicht tabben muss. Also es funktioniert auch, ja, ist auch eine Möglichkeit. Für den Anfang vielleicht spart man sich auch ein bisschen Geld. Würde ich, ich per se, würde das aber nicht empfehlen, weil einfach ein Schieberegler einfach geil ist. Versteht ihr? Geil. Wisst ihr, kennt ihr das so? Ey, ich will mal kurz Musik anmachen. Geil. Ich möchte Musik ausmachen. Geil. Muss ich tabben? Nee. Muss ich irgendwelche bekloppten anderen Tasten drücken? Nee. Brauche ich nicht. Gut. Schön. Aber um das eben auch da nochmal einzugreifen, das, was du beschreibst, ist ja dann quasi schon die Premium-Lösung. Du möchtest die maximale Experience haben, also Haptik wie in einem Studio. Schieberegler, okay. Also dann ist die Lösung für dich in irgendeiner Art und Weise ein Mischpult. Ja. Das kannst du aber auch auf dem Einser machen. Also das geht mittlerweile auch sehr gut. Also wenn man jetzt ein bisschen Geld in die Hand nimmt und sich das Soundcraft kauft, kann man das zum Beispiel auch über US-Reverern machen. Du musst dir nur ein Kabel ziehen und hast 30 Ein- und Ausgänge. Kannst du auch alles machen. Also das ist nicht unbedingt ein Vorteil von einem Streaming-PC. Aber die Kosten sind auf jeden Fall ein Negativpunkt. Jetzt kommen wir mal zu den positiven Punkten. Dieses Ding ist einfach bis in die Unendlichkeit upgradebar. Du kannst hier unendlich viele Geräte anschließen. Wenn du dir ein relativ potentes Board holst, wenn du dir USB-Hubs anschließt, du kannst aus jedem Raum in deiner Wohnung hierher. Es ist sozusagen dein NASA-Computer, den du über auch einfachere Lösungen ansprechen kannst, so wie Jim über jetzt zum Beispiel auch NDI oder HD, deine Epo-Camps und sowas. Das kannst du alles von einem Single-PC auch tun. Kannst du. Und das funktioniert auch alles und ist alles wunderschön. Das Ding ist aber nur für diese eine einzige Aufgabe da. das installierst du, dann machst du deine Windows-Updates aus, wenn du fertig bist und das Ding läuft und du wirst nie wieder diesen Rechner neu machen, nie wieder, nie, wenn du deine Windows-Updates ausmachst. Und die ganzen anderen blödsinnigen Treiber, weil nur die führen zu Problemen, auch ausmachst, dann wird diese Kiste nie wieder in deinem Leben ein Problem machen. Und dann kannst du auch in deinem Stream Windows installieren, weil du kannst auch Windows installieren, weil du einfach auf dem anderen Rechner Windows installierst und bist trotzdem live. So, hab ich übrigens auch schon gemacht. Klar, wenn nicht. So, und das ist halt der aller, 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 allergrößte Vorteil an diesem PC. Ich hab dazu früher immer gesagt, mein Stream-PC ist ein kleiner, so eine kleine Regiestation, weißt du? Das ist so mein eigenes Produktionszentrum in Anführungszeichen und du kannst alles da drauf ballern, weil du musst keine Angst haben, dass dein System überlastet wird, wie ich jetzt bei meinem Single-PC hab. Und ja, geb ich dir ab, 100% recht, deshalb, ich bin gar nicht komplett, ich bin gar nicht gegen einen Stream-PC oder sowas, nur die Vorteile, die du halt mit dem Single-PC hast, dass du, dass du weniger Kosten hast, du kannst alles nutzen und bis ich mal irgendein Problem habe, das dauert noch ein bisschen, aber ich sag dir auch ganz klar, dass ich, dass ich, ich bleib nicht ewig bei dieser Lösung, ich hab jetzt halt nur so viele Jahre alle Nachteile gehabt, die ich durch den Stream-PC hatte und jetzt bin ich mit der Generation einmal so weit, dass ich sage, okay, pass auf, die Nachteile, die ich vorher gesehen hab mit der Last und mit dem und dies und das und jenes, jetzt möchte ich mal die Vorteile genießen von einem Stream-PC, von einem Single-PC, Entschuldigung, freudscher Versprecher, so, dass man halt immer eben kurz das rein raustappen, was ich vorhin sagte und alle anderen Argumente, die ich da eben kurz, vorhin kurz gebracht hab, aber grundsätzlich gebe ich dir absolut recht, ein Stream-PC ist schon diese Premium-Lösung. Ich schließe mich aber nicht an, dass ich sage, jeder, der Full-Time geht, braucht das zwingend unbedingt, weil auch da wieder, es gibt so viele unterschiedliche Blickwinkel, ja, der eine, der quasi 90% vor seinem Stream Just Chatting macht und vor einer Kamera sitzt und sich Videos anguckt. Ja, aber pass auf, pass auf, Alex, pass auf, hier kommt der Fall. Dieser eine einzige Typ, Mark my words, dieser eine einzige Typ da draußen, der eigentlich nur Just Chatting macht, nur Just Chatting, der kriegt dann auf einmal so ein schönes juicy Placement rein von, na, sagen wir mal, etwas größeren Spiele-Marke und der soll das spielen. Und dann, Mark my fucking words, wird er im Stream Lags haben und er kann es nicht streamen auf einem Computer. Und genau für diesen Fall, Alex, hast du einen zweiten Computer da. Weil das ist richtig unangenehm und das wird dir passieren. Hundertprozentig. Und du kannst immer noch so viel mehr Spielereien machen. Du kannst ja zum Beispiel auch einfach sagen, wenn du nur Just Chatting machst, kannst du den anderen Computer auch rauslassen. Kannst du alles machen. Das kannst du alles, ich kann jetzt hier sagen, pass auf, Moment, wir sparen Strom. Ach so, jetzt höre ich Alex nicht. Das war auf jeden Fall das beste Beispiel aufs Examen. Geht alles, Moment. Moment, okay. Hey, ich habe ganz vergessen, dass wir über diesen Computer reden. Verzeihung. Aber witzig. Also, hey, das ist natürlich, muss man natürlich auch dran denken. Kann man auf einem anderen Rechner, sollte man das aufmachen. Ja, ist jetzt aber kein Nachteil der Dummheit. Und dann hast du auch Strom gespart. Aber dass die Kiste da ist und als deine zentrale Einheit dienen, macht so viele Dinge so viel einfacher. So. Da gebe ich dir recht. Weißt du, wann würdest du sagen, ab wann würdest du sagen, wenn du jetzt, du bist Fulltime, du beschäftigst dich schon mit dem Thema, ab wann würdest du sagen, okay, zieh das mal in Betracht, hol dir mal so eine Kiste, mach das mal? Naja, wenn du schon merkst, dass du an deine Grenzen kommst mit einem Computer. Also wenn du, ich sag mal so, du willst halt irgendein Game spielen und es funktioniert nicht und das passiert dir zwei, drei Mal, würde ich schon sagen, könnte man langsam mal wechseln. Weil, ey, wie gesagt, es ist ja kein totes Kapital. Und du bist ja nicht, also selbst wenn du nur Just Shedding machst, machst du die andere Kiste aus, musst du ja nicht laufen lassen. Du kannst ja trotzdem dein ganzes Programm machen. Ja. So, und ich sag mal, es ist ja, also ich mein, Strom sind Geschäftsausgaben und die sollte man ja in Deutschland immer haben, einfach nur, um halt auch ein bisschen gegenzurechnen. Und ja, man könnte mit dem Geld auch irgendwas Sinnvolles machen und investieren, das ist auch ganz wichtig. Aber ich sag, ich vergleiche das immer mit einem Bauarbeiter so, der geht ja auch nicht mit Hornbach-Werkzeug los, sondern der rennt mit Makita. Der rennt mit Makita los, weil Makita halt Makita ist so. Oder hat Festool oder... Ja, oder genau, weiß der Geier was so. Und damit vergleiche ich das halt immer. Und also, ich versuche halt wirklich auch auf die Bedürfnisse der Menschen immer einzugehen und zu sagen, jo, du machst nur Just Shedding oder du spielst nur League of Legends und vielleicht nur Counter-Strike. Doch glaub mir, am Ende des Tages hat es für dich eigentlich nur Vorteile. Es gibt keinen Nachteil, außer die Kosten. Und die Kosten setzt du irgendwann für dich selber ja ab, weil es deine Geschäftsausgaben sind. Und ich kann verstehen, dass Menschen mittlerweile nicht mehr, dass sie nicht so hardware-affin sind und dass das wirklich eine große Hürde für sie darstellt. Und ich glaube auch, das ist das größte Problem, dass es für sie eine Hürde darstellt. Aber dafür gibt es sehr, sehr viel Wissen, was da draußen, was da draußen halt, was da kursiert und das mittlerweile wirklich nicht mehr schwer ist. Und ich glaube, jeder, der schon mal Lego zusammengebaut hat, wird auch ein Streaming-PC zusammenbauen können. Weil es ein Kabel geht in die eine Buchse und das andere in die andere Buchse und dann bist du fertig. So, natürlich, natürlich kommt es dann zu einem Punkt, wahrscheinlich wie auch bei dir, Alex, dass du irgendwann komplexer baust. Also, dass dann mehrere Rechner alles so zusammen und alles simultan läuft. Aber auch das ist nicht schwer, weil wenn man das Grundprinzip verstanden hat, ist es ziemlich simpel. Wie bei einem Mischpult. Genau, wie bei einem Mischpult, ja. So. Und ich sage mal so, dieses Strom-Ding, wenn der nicht auf volle Lotte läuft, das ist übrigens auch, vielleicht sollten wir dieses, dieses, wie sagt man, diese, Klischee. Nee, diese Urban Legend, dass wenn man einen 1000-Watt-Netzteil hat, dass man immer super viel Strom verbraucht, dass wir das mal aus dem Weg räumen. Weil ein Netzteil reguliert sich runter. Genauso wie deine Grafikkarte auch. Und das verbraucht dann nicht Strom. Das heißt also, wenn du potenziell einen 64-Kerne, äh, 64-Kerne-CPU hast, die nur auf 20% läuft, dann läuft der Rechner nicht unter Volllast und verbraucht nicht Volllast-Strom. Punkt. Demnach ist das nämlich auch so ein Kriterium, wo ich sage, Strom ist jetzt nicht unbedingt ein Argument, was da unbedingt reinkickt. Also, wie viel Strom verbrauchst du im Monat? Äh, das ist eine gute Frage. Ich müsste gerade nachschauen. Aber ich meine, das läge bei mir so bei roundabout 90 Euro, die ich monatlich für Strom bezahle als Abschlag. Ja. Ich bezahle 125. Ja. Also, zu meinen Hochzeiten, bevor das mit YouTube und so weiter ging, als ich noch so File-Server zu Hause stehen hatte und ein Solarium und einen super alten Trockner und so weiter, da habe ich schon mal knapp 150 Euro im Monat bezahlt. Keine Frage. Also, das ist jetzt, das ist jetzt natürlich für jemanden, der alleine zu Hause wohnt und viele Sachen mit seinem Handy macht und eine Konsole und ab und zu mal zockt und wenig Fernsehen guckt, der wird wahrscheinlich irgendwo zwischen 40 und 70 Euro monatlich liegen, so Pi mal Auge, ja, grob geschätzt. Gibt andere Leute, die auch alleine 200, 300 Euro verballern, müssen wir nicht drüber reden. Aber ich finde auch, dass man grundsätzlich immer so dieses Argument, das kann ich auch nicht mehr hören, so, dass ein Computer immer ein super Stromfresser ist, nur weil der ein paar Stunden am Tag läuft. Ja, das braucht Strom, wie jedes andere Gerät durch das Elektrizität läuft halt auch, aber das zieht nicht so unfassbar viel einem das Geld aus der Tasche. Ne, das ist eher der Fernseher, der den ganzen Tag 15 Stunden an ist, obwohl man gar kein Fernseher guckt oder dass man Geräte über, also jetzt mal wirklich, oder bei der Fische, wenn man seine scheiß Geräte macht es nicht ausmacht und einen Step-by schickt, das rechnet sich irgendwann sehr viel hoch. So, wenn ich den Raum verlasse, ist hier alles aus. Wenn ich, ja, das wollte ich gerade sagen, als ich hier eingezogen bin, diese ganz günstigen Teile, die du zwischen die Steckdose und deinem Verbraucher stellst, die du nur messen kannst, die sind ja ungenau. Jeder Elektriker wird dir sagen, ja, die sind aber nicht so genau. Die kosten 10, 15 Euro im Baumarkt oder bei Amazon oder whatever oder so weiter und du siehst halt, okay, hier liegen gerade 200 Watt Leistung an und wenn du alles runterfährst, so, oh, hier liegen noch 25 Watt Leistung an, was zieht denn hier gerade 25 Watt? Dann schaltest du es halt einfach aus. Also, dann machst du deinen Kippschalter runter und dann läuft da 0 Watt durch, ja? Ja, genau. So, und du musst ja nicht, also klar, es gibt ein paar Sachen, die kann man nicht so ohne breites eben schnell wechseln, wie du hast noch einen alten, keine Ahnung, trockener war jetzt vorhin mein Beispiel oder Kühlschrank, Gefrierschrank oder sowas. Das kaufst du dir ja nicht nur, weil der jetzt ein bisschen älter ist und das wäre auch nicht effizient, das zu tun, aber so ein paar, in so ein paar Multisteckdosen zu investieren, die man halt komplett stromlos schalten kann und nicht jedes Scheißteil smart umzubauen, weil das ja so toll ist, dass man die alle aufrufen kann. Das ist witzig, wenn ich bei dir, haben wir ja letztens schon gesagt, bei dir im Hintergrund alles hier schön ansteuerbar und so weiter, mega cool. Bei mir im Hintergrund sind es, wie gesagt, nur so zwei puppelige Strahler, die zwar auch eine App-Steuerung haben, aber nicht ansprechbar jetzt direkt sind, aber ich muss das nicht alles 24-7 oder sowas haben. Also, wenn ich hier bei mir alles runterfahre, ist auch alles stromlos, da wird nichts verbraucht. Ja, okay, die Lampen haben alle Strom, logischerweise, weil die ja ansprechbar sind. Also, das schon. Aber ich bin auch nicht der, der dann sagt, ich will wenig, also, ich bin dann auch nicht der, der sagt, dass mir das dann Sorge bereitet, weil den Strom gebe ich sowieso aus. So. Ich meine, natürlich ist das hier schon, also, das hier, das ist die Superlative. Ich glaube, das ist, das ist, glaube ich, für Pro-Suma, danach gibt es ja noch, die nächste Stufe wäre übrigens dann Fernsehproduktion. Das geht noch teurer. Ja. Das würde noch gehen. Das hier ist, glaube ich, so das Endstadium von Pro-Suma, um das mal zu kategorisieren. Das braucht ja auch nicht jeder. Also, um da auch nochmal wieder zurückzukommen zu einem weiteren Vorteil eines Streaming-PCs, den du ja vorhin auch schon mal mit kurz angesprochen hast, Negativpunkt. du hast eine höhere Ausfall-Quo. Also, du hast eine höhere Ausfallsicherheit. Also, ich meine, um das wirklich auch mal da anzusprechen, ist, wenn du die Kiste wirklich, du installierst Windows, machst alles aktuell, so das läuft, dann machst du Windows-Updates aus, installierst da keine neuen Treiber mehr und die Karre rennt 24-7. Mein Rechner lief bis vor kurzem, irgendwann kam ein beschissenes Windows-Update raus, weil manchmal mache ich den Quatsch, habe ich mir aus der Ball herrt, der lief vier Jahre durch, ohne Murren und ohne Zurren. Also, ja, einmal, ein Tag im Jahr muss man den mal neu starten, weil irgendwer da drinnen Quatsch gemacht hat. Kann immer mal passieren, kennen wir alle. Wir gucken niemanden genau an. Kann immer mal passieren, aber ansonsten läuft die Kiste einfach durch. Und dann hast du, du kannst, der nächste Vorteil, der da mit einhergeht, du kannst bis auf Worms alle Games einfach anmachen und sie sind da. Du kannst alles mögliche auf deinem Bildschirm machen, du kannst es einfach machen. Du musst nicht irgendwas einstellen und rauscaptchern und das Game auswählen und die Scheiße machen, da kriegst du kotzen. Wenn ich jetzt sagen würde, ja Leute, ich gehe jetzt da rüber, ich will jetzt gerade, jetzt gerade, just in dem Moment, möchte ich jetzt gerade in die Küche gehen und kochen zum Beispiel. Dann ist das für mich da. Dann gehe ich da hin, drücke auf den Rechner, der fährt hoch, das dauert 30 Sekunden, dann sind alle Kameras an und dann ist hier Signal, dann stecke ich mir mein Mikrofon an, was da drüben liegt, da drücke ich auf On und dann bin ich fertig. Du bist aber auch ganz klar, es muss so einfach wie möglich für dich sein. Du brauchst nicht irgendwie noch tausend Knöpfe, die du noch zusätzlich ein- und ausschalten willst. Du willst das immer so simpel wie möglich haben. Ja, richtig. So soll es ja auch sein. Ja, ich denke es bei dir. Das ist ja halt der Vorteil dieses Computers, dass das immer dasselbe ist. Es ist immer dasselbe Szenario. Kurz nachgefragt, dein Stream-PC bleibt über Nacht an, wenn du nicht live bist? Nein, nein. Hier drin ist alles aus. Warum? Ich habe, nee, war eine Rück- und Nachfrage gerade. Ich habe meinen Stream-PC immer aktuell gehalten, aber ich habe nie die großen Updates am Tag eins installiert, weil wenn dann nämlich noch Probleme kamen, hat Microsoft die ja mal wieder zurückgezogen, oftmals, also ab und zu mal. Und wenn man die dann eine Woche später installiert hat, dann gab es meistens weniger Probleme. Also ich habe mit den Windows-Updates mit meinem Stream-PC auch jahrelang keine großartigen Probleme gehabt. Klar, Sound war mal weg, weil, also ich erkläre mir das so, dass wenn ein größeres Windows-Update da ist, dann wird das Gerät im Prinzip nochmal neu in Anführungszeichen erkannt, obwohl es ja das gleiche ist. Und dann sagt OBS, oh, unter dieser Adresse Schrägstrich Interrupt kenne ich das Gerät gar nicht mehr und du musst es halt neu zuweisen einmal. Das ist jetzt aber kein Game-Breaker oder so. Das ist, glaube ich, einmal vorgekommen mit einem Stream-PC, dass der Sound einfach gar nicht mehr lief. Und ja, das ist total witzig, wenn man live ist und fängt an zu labern und keiner hört einen und so, mute, mute, so, aber das ist, glaube ich, jedem Streamer schon mal passiert. Das ist jetzt nichts Ungewöhnliches. Dann kommt ein ganz netter Tipp von Papi, mach die ganze Scheiße, deaktiviert den Rotz einfach, dann passiert das nicht mehr. Weil Windows reaktiviert sich. Nee, der reaktiviert die nicht. Der ist ohne Scheiß. Ich bin kein Front von keine Webdates installieren. Nein, nein. Ohne Scheiß, deaktiviere die einfach in dem Windows Sound Manager und dir wird die Scheiße nicht passieren. Wird nicht. Also ich habe zum Beispiel hier drüben an dem Computer, an dem Computer habe ich immer den einen Monitor. Unten habe ich angelassen als Soundquelle. Einfach nur, um sicher zu gehen, falls das Milchpult mal nicht funktionieren. Ja. Und der hat jedes Mal, wenn der hochgefahren ist, jedes verfickte Mal ist der auf den Monitor gegangen. Jedes Mal. Weil der immer sich sagt, ja, hallo, ich bin Windows, ich suche mir das jetzt gerade aus. Deaktiviert? Passiert nicht mehr. Keiner dieser Rechner hat jemals, wirklich jemals, irgendwann mal dieses Problem gehabt, dass irgendwas anderes eingestellt war nach dem Windows Update. Weil die Dinger, das ist das allererste, was ich mache, selbst, es kann ja da sein, es ist aktiviert, es ist ja schön, aber die sind deaktiviert, die sind nicht da, die haben da drinnen nichts zu suchen und dann passiert das auch nicht. Und da würde ich sogar fast meinen Arsch drauf verwetten, dass wenn Leute das mal machen würden, dieser Quatsch nicht passieren würde. Hast du auf deinem Stream-PC deinen Grafikartentreiber jemals aktualisiert? Ja, habe ich. Passiert auch nicht. Und da werden dann alle deaktivierten, angeschlossenen Bildschirme wieder neu gefunden, right? Auch die Audioquellen. Nee. Und dann muss man sie wieder deaktivieren. Das stimmt. Ja, ja doch, da hast du recht. Genau, da macht er das. Aber er stellt ihn nicht um als Standard-Audiogerät. Nee, nee, nee. Ich meine jetzt auch, dass wenn du, sagen wir mal, du hast diesen Treiber neu installiert, du hast das große Windows-Update gehabt und dann gehst du in deine OBS-Sound-Einstellung, also unter Einstellungen Audio, dann steht da ja quasi in diesen Dropdown-Menüs von wegen, hey, ich möchte mein Standard-Gerät halt immer mit drin haben. Oder du hast speziell eine Soundkarte ausgewählt und wenn du speziell eine Soundkarte ausgewählt hast, dann ist sie ausgegraut, Gerät nicht gefunden. Darf ich dir einen Tipp geben? Ja, bitte. Wofür brauchst du den scheiß Audio-Treiber? Installieren einfach nicht mit, fertig. Dann hast du das Problem nicht. Mache ich seit Jahren nicht mehr. Was will ich damit? Ich habe keinen, was will ich mit HDMI-Sound? Brauche ich nicht. Weg damit. Den HDMI-Sound nutze ich niemals. Nee, es ging nur grundsätzlich darum, dass das OBS dann gerne mal das Gerät nicht findet, was dann wiederum auf Windows basiert, weil das Gerät sozusagen als neues eingetragen wird und alles genau gleich ist. Manchmal kann man das auch erkennen, indem die Soundkarte dann mit demselben Namen eingetragen wird, und dann noch da hinterher eine Eins steht. Genau. Oder eine Zwei oder eine Drei oder whatever. Mach es einfach aus. Inzideh den Treiber nicht, macht er das nicht. Kleine Tipp auch an euch da draußen, macht den Quatsch einfach nicht. Wenn ihr das nicht braucht, dann macht das weg, dann kommt das nicht. Ja. 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 Ist übrigens bei AMD genau selbe. Einfach den Haken weg, braucht ihr nicht. Also wenn ihr wirklich nicht, es gibt ja Menschen, die brauchen das, weil sie so in ihre Anlage reingehen, da ist das verständlich, okay, aber alle anderen, die ein Headset dran haben, was soll der Piss? Installiere das nicht mit, was willst du mit einem Treiber, den du nicht benutzt? Ist doch nur unnötiger Quatsch. Das war früher noch viel nerviger, als du noch diese 3D-Brillen- Unterstützung von Nvidia hattest und die grundsätzlich immer angehakt waren und einfach 99% aller Konsumenten einfach die Expressinstallation gemacht haben, weil es halt einfacher und schneller und haben dann immer Treiberload mit auf dem System, die nie benutzt werden. Sogar als Nvidia diese Karten vom Markt genommen hat, waren die immer noch in den Standardtreibern mit drin. Viel witziger finde ich immer, du schließt deine VR-Brille an und der stellt automatisch einfach alles um, weil ihm gerade danach ist. Das ist übrigens der größte Negativpunkt, warum ich diese Scheiße irgendwann von meinem Rechner abgemacht habe, weil mich das so getriggert hat, dass ich einfach das in den Schrank gelegt habe und gesagt habe, das ist Quatsch. Gibt es nicht mehr. Weg. Liegt irgendwo, keine Ahnung, ich glaube ein Kofferraum vom Auto oder so. Seit einem Jahr. Okay, wo steht dieses Auto? Zu Hause, in meiner Garage. Okay, ich bin gleich da. Was? Ich kann dir die auch gerne ausleihen und schicke dir die Post. Also daran soll es nicht scheitern. Ich habe eine Oculus hier liegen und ich benutze es auch nicht wirklich. Also eigentlich gar nicht. Ja, gut. Aber es ist ein schönes Thema für einen anderen Talk so mit dabei. Ja. Was ich halt sehr, sehr gewaltig finde, als man sich mit dem ganzen Streaming auseinandergesetzt hat, waren, da hast du wirklich noch Ressourcenmanagement machen müssen und das war halt auch schwierig. Die erste Hürde war, kannst du überhaupt streamen? Also hat deine Leitung genug Bandbreite? Ja. Die zweite Hürde war, hat dein PC genug Ressourcen dafür frei? Also ist der stark genug? Und wenn du das mit der Upload-Bandbreite schon nicht verstanden hast, dann hast du das mit dem PC auch nicht verstanden. Und wenn du dir heute so ein Mid-Range-PC aussuchst, egal ob du die Grafiker oder die CPU streamst und du hast nicht den Anspruch, du willst, voll epische Auflösung mit allen Effekten und meinetwegen RTX-Funktionen halt irgendwie reinballern oder sowas, dann kannst du das heute halt einfach machen. Das ist einfach viel, viel einfacher geworden. Ich meine, klar, OBS, wenn man es das erstmal installiert, das kann eine Hürde sein, aber wie du schon vorhin gesagt hast, es gibt so viele eine Million Anleitungen und so viele wirklich auch fähige Leute, die gute Anleitungen gemacht haben, die man auch vorgeschlagen bekommt, das ist keine große Hürde mehr. Streaming-PC kann dann schon wieder eine Hürde sein, aber wie du schon sagst, da gibt es dann schon genug Leute, die man fragen kann. Absolut. Was für mich zum Beispiel auch ein sehr großer Vorteil noch ist eines Streaming-PCs, ist extra Arbeitsfläche. Und damit meine ich extra Arbeitsfläche für Anwendungen. Du kannst alles besser monitoren, finde ich persönlich. Ja. Jetzt beispielsweise nur Sound, wobei das für beide gilt. Also du kannst ja auch einen Mischpult benutzen, wenn du an einem PC dran bist und dafür gibt es ja mittlerweile auch super Lösungen. Aber du hast halt die, du hast mehr Möglichkeiten, Sachen zu monitoren. Also wenn ich mir zum Beispiel überlege, du kannst deine Vorschau zum Beispiel, kannst du größer machen. Manche streamen ja auf so einer Stream-Vorschau, was ich persönlich nicht sehr schön finde. Bei mir ist sie sehr groß, würde ich mal sagen. Nimmt ein Drittel vom Bildschirm ein. Du musst nicht deine Alerts super klein ziehen. Du musst deinen Chat nicht super klein ziehen. Du kannst extra Programme aufmachen. Du kannst deinen Sound-Mixer riesig aufmachen. Du kannst halt was mit Ressourcen-Management halt auch super funktioniert. Du kannst die abgefahrensten Overlays hier zusammenbauen, weil dein Rechner einfach auch die Kapazitäten dazu hat. Das heißt, irgendwelche super fancy, bei mir fliegen zum Beispiel viele Kameras auch durch die Gegend im Szenen-Switch und so. Also ich habe halt nicht diese Standard-Dinger, sondern halt auch andere Sachen. Und das ist für mich halt auch ein unfassbar großer Vorteil. Oder dass du halt wirklich brachiale Videos auch abspielen kannst. Also richtig große brachiale Videos abspielen kannst, ohne dass da großartig was passiert. Ist für mich auch ein Riesenvorteil. Eine weitere Maus zu haben, dass ich meinen eigenen Chat ohne Tabben moderieren kann. Das ist also wirklich jetzt no joke, das ist einer der größten Vorteile daran, die ich persönlich finde, dass du einfach mal jemanden wegbannen kannst und das auch so Shadow-mäßig, also wir können jetzt hier einfach reden und dann drückst du währenddessen einen weg. Finde ich persönlich auch gut. Ja, das sind so, glaube ich, so die Größenvorteile, die man quasi nennen kann diesbezüglich. Absolut. Absolut. Wobei, also dieses, ich hatte wie das früher, also du suchst ja immer so die perfekte Position für deine Maus und Tastatur so, und ich kann das nicht so ganz nachvollziehen, wenn jemand einen Shooter spielt und er hat quasi zwei Mäuse so direkt nebeneinander liegen und ich denke mir so, die zweite Maus vom Stream-PC, die würde bei mir, die ist bei mir, obwohl die am Arsch der Welt lag, ist die immer durch die Gegend geflogen. Also ich weiß nicht, wie oft meine Stream-PC-Maus schon quasi gegen die Wand und auf den Boden geklatscht ist, weil ich sie halt immer weggekickt habe, so, ne? Ich lege sie halt immer so ein bisschen an die Seite noch. Ja, ja, klar, klar, natürlich, natürlich, aber ich bin halt auch wirklich ein Low-DPI-Spieler und dann holt man auch schon mal ordentlich aus, also ich nutze manchmal die Fläche halt auch. Ja, aber das stimmt schon. Ich habe das später mit dem Stream-PC so gemacht, dass ich mir eine kleine Wireless-Tastatur genommen habe, damit ich weniger Kabel sozusagen habe und da brauche ich keine gute Latenz, das ist ja quasi ein Office-Gerät im weitesten Sinne und auch eine Wireless-Maus, ne? Dadurch kann ich die halt auch überall hinschieben, gerade auch, wenn der Stream-PC nicht direkt an dem Tisch halt irgendwie so dran steht, um so ein bisschen mehr Platz halt irgendwie zu haben und dann später habe ich die Tastatur vom Stream-PC einfach auch gar nicht mehr gebraucht, weil ich habe dann eigentlich nur noch auf meinem Stream-Deck einen Knopf geklickt und dann gingen alle Programme auf, ne? Die gehen immer an derselben Stelle auf und muss das nichts anordnen. Da braucht man auch nicht Fancy-Zones von den XP, äh, von den Dingens-Tools, ähm, von den Power-Toys, wollte ich sagen. Äh, geht natürlich auch, klar, aber habe ich in dem Fall, wie gesagt, nicht gebraucht und wenn ich mir so Bilder von Setups anschaue, wenn Streamer so mal eher so Zeug so zeigen, also ein Trigger für mich ist, wenn jemand auf einem ganzen Monitor Spotify aufhat oder ja, bitte. Ja, ich. Ja, das ist ein Trigger. Weißt du warum? Ja, erzähl's. Weil ich's kann. Und weißt du noch warum? Danke. Je mehr Bildschirme du vor einem stehen hast, desto beruhigter ist das Hardware-Pornherz. Ich hab ein Bildschirm nur für Chat. Ich weiß. 27 Zoll Einbildschirm. Ich kann in die Vergangenheit reisen, weil ich kann jetzt gerade, Jim, pass auf, hier kommt mal wieder der Vorteil Nummer eins, ich kann die Nachricht von Wolfs Moonlight lesen und das ist 45 fucking Minuten her. Okay, das schreiben jetzt sehr wenig Leute. Okay, das ist jetzt für mich ein Totschlag. Ja, gut. Dass mein Stream scheiße ist, aber ich scroll auch mal. Hör auf, ohne scrollen! Ja, ich hab noch eine Nachricht von 13.48 Uhr. Ey, Leute, wie geht's euch? Scrollen ist kacke. Aber ich hab, also bei mir, ich hab einen ganzen Bildschirm nur für Chat. Finde ich geil, feiere ich, würde ich niemals ändern. Äh, ich verstehe das. Nein, also, mein Stream benutzt momentan sehr wenig Software. Ich hab Chattorino für den Chat. Man kann, also Chatti, Chattorino sind die beiden bekanntesten, denke ich mal. Ja. Du kannst halt auch nur einfach den Chat rauspoppen und hast dann irgendwie sowas wie Franker's Face drüber oder whatever. Selbst Chattorino hat eine Integration für den Browser. Du hast OBS auf, logischerweise. Ich hab am Anfang sogar mit Xplit gestreamt. Können wir uns auch gerne mal drüber unterhalten. Bin ich zwar schon längere Zeit raus, aber ich finde Xplit, äh, das wird immer so. Also, als ich früher mit Xplit gestreamt hab, musste ich mich immer dafür rechtfertigen. Ja, wieso das denn? OBS ist doch viel besser. Ich so, äh... Im Grunde genommen ist es besser, weil es kostet kein Geld wie das andere Ding da. Punkt. Punkt. So, dann hab ich einen Discord noch hier offen. Der nimmt sogar relativ viel Platz jetzt gerade auf meinem Screen ein. Und dann hab ich mir noch die Feeds rausgezogen. Also, in dem Fall jetzt hier, ähm, äh, Follower, Subscriber, so den ganzen Kram. Und das war's. Mehr nicht. Ich weiß, dass du bei dir noch Minimum deinen Mischpult noch virtuell auf hast. Nee. Das hast du auch nur auf deinem Tablet, ne? Das hat einen eigenen Bildschirm. Und das war's bei mir. Mehr brauche ich da gar nicht. Ja, also, ich sag mal so, ich hab OBS auf. bei mir. Mhm. Mit riesiger Vorschau implementiert die Alerts, mein Chat, Discord. Hier unten mach ich, was auch immer ich will. Aber, äh, das Ding ist ja, wir haben hier noch ein MacBook. Ah, ja. Das läuft auch simultan. Da sind auch noch ein, zwei Sachen drauf. Also, ja, ich war halt schon immer so ein Mensch, Bildschirme sind nicht teuer. Also kaufe ich mir einen Bildschirm und kleine Fenster sind scheiße. Ich hasse kleine Fenster. Also, ich hab das ja bei dir auch immer schon mal gesehen, weil du davon ja auch, äh, glaub ich, immer mal Screenshots gepostet und ich saß dann immer so davor und dachte mir so, Alter, alter, am Arsch, mach ich so einen Quatsch. Was soll ich denn damit? Das ist ja, als wenn du auf dem Handy so eine Kachel aufmachst, so. Welcher normale Mensch hat denn 27 Zoll Bildschirme entwickelt, um sowas zu tun? Und so ist meine Einstellung halt dazu. Ich kann das verstehen und das ist super effizient und ich freu, also ich freu mich wirklich, dass du das schaffst, aber bei mir gibt's das nicht. Wenn ich Platz brauche, dann gibt's einen neuen Bildschirm. Also wirklich jetzt. Wenn ich sagen würde, bah fuck, ich brauch mehr Platz, dann kommt hier noch der nächste Bildschirm hin. Ich stell mir gerade so vor, dass du über deinen Chatmonitor noch einen zweiten Monitor anbringst, damit du den Chat im Verlauf weiter hochziehen kannst, weißt du? Das wär super witzig. Guck mal, Alex, hab ich gebaut so. Ich kann, ich kann bis gestern in den Chat lesen. Bis gestern. Ohne zu scrollen. Ohne zu scrollen. Oh, das wäre aber cool. Überleg das mal, wenn du das mit so Ultra-Wide-Monitoren machst und die machst du dann hochkern und am besten noch curve, dass die dann so über deinen Kopf hinausgehen und dann kommt die ganze Zeit der Chat so rein. Warte, Chat, ich muss noch mal ganz kurz, ah ja, da steht, was Wolfsburg geschrieben hat. Hab ich das bei dir gesehen? Ich hab rein, ihr habt euch irgendwie so Racing-Rick, Sim-Rick-Sachen angeschaut und da ging's irgendwie darum, die Monitorungen miteinander zu verbinden und da ging's um die verschiedenen Stoffe, die die benutzt haben, um das aneinander zu kleben oder so. Ja, das hab ich bei dir gesehen. Ja, Ultra-Wide, äh, Ultra-Wide, 49 Zoll Hochkern. Chat, da seh ich mich einfach. Das mach ich auch. Ohne Scheiß, das sind wieder so Ideen, da, da seh ich mich halt einfach. Das ist halt so ein Placement, das wird auch Samsung feiern. Geil, Alter. Endlich war einer, der damit Office-Lösungen findet und nicht nur Gaming. Ja, geil, ey. Haben wir jetzt wirklich schon fast zwei Stunden darüber gequatscht? Wir sind irgendwie schon wieder fast an die zwei Stunden reingegangen. Ja. Sollen wir mal kurz was zu dem Overlay erzählen für nächste Woche? Äh, ja. Ja. Haben wir ein Hashtag über Twitter? Machen wir das über Discord? Wie wollen wir das machen? Ich glaube, wir sollten uns vielleicht, äh, ähm, ich weiß nicht. Hashtag ist am einfachsten, weißt du? Ja, ein Hashtag wollte ich gerade sagen, weil dann haben wir, müssen wir nicht jeder seinen Discord durchdödeln, sondern, ja. Also der gute, der gute Alex, ähm, wollte eigentlich schon diese Woche und der dürfte mich jetzt gleich lünchen und das nehme ich auch voll auf meine Kappe, weil Alex war super vorbereitet diese Woche. Äh, wir wollten eigentlich diese Woche User-Selps uns angucken. Einfach so, so ein Segment, wo wir uns eure Sachen angucken und mal so ein bisschen darüber quatschen und weil wir, so wie ich uns, äh, ich uns beide kenne, sezieren wir da wieder über ein Kabel, was falsch verlegt ist oder über was für eine Software da läuft oder was auch immer. Und, äh, wir werden nächste Woche, werden wir diese Rubrik einführen. So ein kleines Segment. Wie oft und wann wir das machen, werden wir wahrscheinlich uns noch, äh, absprechen, aber ab nächste Woche gucken wir uns eure Setups an. So. Und jetzt müssen wir einen Hashtag dafür finden. Hardcast, ganz einfach. Cool. Einfach Twitter, Hashtag Hardcast, das können wir super einfach abgreifen. Ja, ja. Das finde ich auch weltklasse toll. Das finde ich gut, Alex. Also, wenn ihr Bock habt, dass sich, äh, ein paar mehr Leute mal euer, äh, Setup anschauen, im weitesten Sinne, was das bedeutet, äh, dann twittert einfach, äh, mit Hashtag Hardcast. Wir werden das, äh, denke ich mal, über die Woche nochmal anteasern und nochmal, vielleicht mache ich das auch selber, vielleicht lasse ich mein eigenes Setup hier rein, dann kannst du dich nämlich richtig schön über meinen Kabelsalat auslassen. Nee. Und das ist mir, sowas mache ich nicht mehr. Weißt du auch, warum nicht? Weil, dadurch wird's, im Raum weiter bei dir die Hölle ist? Nee. Hell, in meiner Wohnung ist hier nirgendwo Hölle. Nee. Hey, Entschuldigung, Entschuldigung. Nee, das, weil man das auch einfach mal akzeptieren muss, dass nicht jeder so einen Standard hat, wie man selber. Weil das ist schwer. Und natürlich auch einen anderen Blickwinkel, ne? Also, haben ist schön, aber, ne? Man muss ja nicht ein Traumzerstörer sein. Ja, ich weiß, worauf du hinaus willst. Ich war, ich bin heute ein bisschen, muss ich, also muss ich mich auch selber kurz krasieren, ich bin ein bisschen drüber hinaus geschossen heute schon, aber ich meine das wirklich so. Kauft euch endlich einen perfekten Streaming-PC, verdammte Scheiße, und gebt euer Geld endlich mal sinnvoll aus. Money! Nein, das war nicht. Egal, ob ihr nur ein 3D-Drucker-Streamer seid, ihr müsst jetzt einen Streaming-PC kaufen. Na, ist so, Alter, ist so, verdammte Scheiße. Ne, da war ich ein bisschen drüber hinaus heute, aber ich meine das wirklich so. Guckt mal, guckt euch das mal an, gönnt euch das mal, euer Chat wird sich da schon, wird es euch danken. So, zurück zum eigentlichen Thema. Ja, Rückfrage mit Beschreibung. Wäre natürlich cool, wenn man ein bisschen Kontext dazu bekommt, so, ne? Ja. Gucken wir uns gerne mal an, können drüber reden, auch da wieder, es geht gar nicht darum zu sagen, äh, was ist das denn für eine Scheiße? Äh, äh, sondern, wir sprechen darüber, ja. Geil. Easy Content, easy live. Easy Content, wir wollen nämlich auch mal reagieren. Aber, genau. Bevor wir jetzt, bevor wir jetzt ausmachen, Alex. Ja, ja. Was ich sehr gerne, ich würde einfach noch mal ganz kurz die Zuschauerschaft nach Feedback bitten. Also, falls ihr jetzt gerade irgendwas habt, äh, weil ich denke, das ist für uns beide auch wichtig, nach der zweiten Episode, ähm, vielleicht einfach mal, was vielleicht für Themenwünsche noch da sind, ob euch das gefällt, was euch nicht gefällt, und so weiter. Ihr versteht, äh, was ich gerade meine. Vielleicht habt ihr da noch was auf dem Herzen, weil dann können wir uns das nämlich auch noch durchlesen, und, Was ist jetzt gerade im Chat? Ja, na klar. Ah, cool, vielleicht habe ich da in meinem Stream was vorbereitet. Kennst du Featured Chat? Nee. Was ist das? Ja, dass du so, so, so Nachrichten aus dem Chat hier direkt einblenden kannst im Stream, so. Warum soll ich denn sowas machen? Nein, ist okay, ist okay. Aber ist das eine coole Idee? Ich möchte nur einfach wieder den Gegenpart, äh, hinstellen, der das wieder scheiße findet, okay? Weil ich möchte immer die Gegenseite, das ist wirklich ein cooles Feature, verdammte Scheiße. Aber ich muss jetzt sagen, finde ich kacke, was soll der Quatsch denn? Ich habe es auch nicht, ich habe es auch nicht richtig eingestellt, also wenn ich es jetzt gleich hier, wenn ich jetzt eine Nachricht hier darstelle, äh, dann könnte es sein, dass das nicht so gut angezeigt wird. Also Chat, habt ihr Feedback, äh, Vorschläge, Wünsche? Dann raus damit. Ja. Falls ihr auch Themenwünsche haben solltet, oder so, wir haben uns ja heute mehr oder weniger, ja, über das Für und Wider eines, äh, Streaming-PCs überhalten. Das führt natürlich auch mal dazu, Leute, ihr müsst daran denken, dass in zwei Stunden, wir behandeln das etwas oberflächlicher. Frage aus dem Chat, machte sie uns den Bad Cop? Äh, generell, also sehr oft muss ich dazu sagen, dass ich in Diskussionskulturen sehr oft den Bad Cop einnehme, weil jetzt sollen die Gespräche zu langweilig werden. also genau deswegen, äh, ist das auch so überzogen dargestellt, ja. Das verstehen nur viele Leute sehr oft sehr miss. Also, ich denke mal, dass der ein oder andere Streamer sich vielleicht jetzt angegriffen gefühlt hat, aber hier geht's einfach nur darum, um den Fakt zu untermalen. So. Ja. Hast du was aus deinem Chat? Dann können wir es ja immer so im Wechsel machen, solange was kommt. Community-Fragen zum aktuellen Thema. Das Ding ist halt, wir haben nur zwei Stunden Zeit. Und wenn wir uns nur um eure Fragen kümmern würden, dann wäre quasi jede Woche irgendein Thema weg, weil wir es euch beantworten würden. Zum Beispiel, wie schwach darf ein Streaming-PC sein? Das ist auch so eine Frage, da würde ich mich, glaube ich, und das wäre auch so ein Thema, das hätte ich Alex in der Tat heute vorgeschlagen, als Folgethema, eventuell mal darüber zu sprechen, wie potent muss denn deine Hardware eigentlich sein? Ja. Dass man sich darüber mal... Das ist dann aber auch schon sehr speziell, ne? Also, das muss einem im Klaren sein, dass das... Ja. Ja, aber okay, okay, ja. Oder mit was für Kosten sollte man rechnen? Oder, das wäre zum Beispiel mal ganz cool. Oh, das wäre, das wäre mega witzig, wenn wir jetzt sagen, okay, pass auf, Alex, du hast 5000 Euro, ich habe 5000 Euro, was holen wir, wenn wir streamen wollen? Das wäre eine super Folge. Okay. Das wäre eine super Folge. Okay. Dann müssen wir einen Aufhänger fürs ZNR machen? Ja. Wollen wir das... Okay, okay, pass auf, pass auf, pass auf, eben, um das ich richtig verstehe. Wir haben jetzt 5000 Euro, aber haben wir schon einen Game-PC? Oder was ist unser Ausgangspunkt? Nee, nee, unser Ausgangspunkt ist, wir wollen streamen, wir haben 5000 Euro. Wir haben nichts. Okay, also, wir sind quasi, unser Haus ist abgebrannt, wir sind in ein fremdes Land gezogen, wir kennen niemanden, aber wir reden aber nur über Hardware und nicht über laufende Kosten, sowas wie Internet und so. Nee, nur das, was wir ins Büro reinstellen. Aber dann, ja gut, also nur Hardware, kein Stuhl, Monitore, ähm... Ja, ja, Hardware, keine Möbel. Wir kommen beide übrigens beim Single-PC raus, verdammte Scheiße. Wer weiß, vielleicht dreht sich das Blatt ja. Oh, Jim macht eine Ansage. Ey, okay, pass auf, pass auf, Jim. Dann mach ich jetzt, dann mach ich jetzt hier, dann mach ich eine Ansage jetzt hier. Wir, ich, ich versuch für fünf Scheine dual hinzustellen. Ja. Ich versuch, also wir nur dual hinzustellen und du Single? Oder möchtest du die Option haben? Also ich würd mich jetzt auf dual festnageln lassen. Ich brauch das gar nicht, ehrlich gesagt. Ich brauch das gar nicht, also, nein, nein, pass auf, also wo du vorhin zurückgefallen musst und gesagt hast, hier steht schon so ein Kleinwagen, das ist mir bewusst, du hast ja immer mal Leute, die in deinem Chat halt irgendwie Fragen in deiner Hardware-Liste gefunden haben und sagen so, Dig, was kostet der ganze Spaß denn? Und das ist nur so eine allgemeine Frage und du verbringst das sofort wieder auf dich zu und denkst dir so, ja Mann, das hab ich mir über die letzten Jahre alles hier hingekauft, ich hab jetzt auch nicht mal eben die 20.000, 30.000, die das hier so kostet, weil das sind ja die echten Kosten, die man, wenn man es zusammenrechnen würde, hätte. So, da muss man gar nicht drüber reden. Das ist, das ist unfassbar teuer, wenn man sich das jetzt von heute auf morgen einfach so hinstellt. Also mit 5.000 Euro ein PC, Stream-PC oder ein streamfähiges Ding inklusive Monitore, Kabel, dies, das und so weiter hinzustellen, das ist schon eine Herausforderung. Keine Frage. Aber dann sind wir halt auch mit dem Qualitätsanspruch da, dass wir das Bestmögliche da rausziehen. Wollen wir tauschen? Du baust dual und nicht single? Ne, okay, okay. Also, ich frage dich, weil das jemand vorgeschlagen hat, weil wir ja heute quasi gegenüberliegende Parts hatten. Also, ich übernehme das auch gerne, weil es schwer ist mit 5. Das Problem, ich sehe... Wir setzen uns nicht fest, wir suchen beide beides. Ganz, ganz ehrlich, vielleicht haben wir da unterschiedliche Ansätze mit dabei, ne? Ja, okay. Ich kaufe 30,90. Ich kaufe 30,90 für 2K, da habe ich noch 3 jährige. Budget ist weg. Wir müssen ja auch Kabel, also Kabel, fühlen wir Kabel und so füllen wir auch auf, ja? Ja, natürlich. Okay. Natürlich. Boah, das wird eine richtig geile Folge nächste Woche. Die, oh, die fühle ich halt richtig, du. Vielleicht muss ich auch noch Hausaufgaben machen, verdammte Scheiße. Okay. Ich schreibe mir das jetzt gerade mal auf, also 5K, Streaming, ja, aufbauen. Das Ding ist halt, einigen wir uns auf Shops oder machen wir so einen Idealo-Blödsinn? Weil, ich würde ganz ehrlich... Ich werde mich über Geizhalshangeln und wenn ich Sachen nicht da drin finde, dann führe ich die Einzelnen auf, ja? Ja, ich würde, glaube ich, immer beim selben Laden kaufen. Ist aber auch bei mir geschuldet, weil ich kaufe nicht. Ich kaufe nirgendwo anders. Nee, deswegen nicht. Ich kaufe auch nirgendwo anders. Ich kenne Idealo nicht und nutze es auch nicht. Okay. Machen wir so. Du kannst das gerne machen. Ich wollte nur fragen, damit wir die Bedingungen haben. Ja, ist klar. Ist keine Frage. Wird es bei unseren Streams nur um Hardware und den Stream gehen? Das ist so das Hauptteil von dem Format, von diesem Stream-Format. Aber nicht so als, das ist unser Weg und das ist der beste und ihr habt keine Ahnung, sondern eher so, das haben wir so erlebt, das sind unsere Vor- und Nachteile, die wir festgestellt haben. Das ist heute natürlich nicht so rausgekommen, weil wir dieses Stream-Single-PC-Dual-PC-Setup versucht haben, so ein bisschen rüberzubringen und wir sind hoffentlich nicht zu technisch geworden, weil das ist dann, das kann halt auch sehr trocken sein und es soll halt immer noch entertainend sein am Ende des Tages. Also ja, Hardware-Streaming ist immer Top-Priority, aber vielleicht hat man ja das ein oder andere, was dazugehört, was man auch reinbringen kann, right? Wo ich das gerade im Chat lese, dass 5K 4 zu 4 sind, ihr habt ja gar keine Ahnung, wie wenig 5.000 Euro sind. Kauft ihr mal heute eine gescheite Grafikkarte mit einem aktuellen Preis und komm ihr jetzt nicht mit, da musst du halt nur die FE abgreifen, die bei Notebooks billiger verkauft wird. Ja, aber die ist halt nicht verfügbar. Ihr habt gar keine Ahnung, wie wenig Geld 5.000 Euro gerade sind. Wirklich nicht. Ihr habt gar keine Ahnung, wie wenig Geld das ist für ein ganzes Setup. Ach du Scheiße, Kameras, Objektive. Ganz genau so sieht es nämlich aus, mein Freund. 5.000 Euro sind nichts. Da hat nämlich gar keiner dran gedacht gerade. Eine Kamera schon alleine mit Objektiv sind schon 800 Euro. Da 800 Euro. Peck. Capture Card. 100 Euro. Peck. Wisst ihr, wie wenig 5.000 Euro sind? Mit einem gewissen Standard. Und wir reden jetzt nicht von, wir bauen uns da eine, selbst eine Logitech-Kamera kostet fucking 200 und Euro aktuell. So. Also 5.000 Euro sind echt wenig Geld. Ihr seid dann Streamer-Beginner? Nee, wir bauen einfach für 5.000 Euro ein Streaming-Setup zusammen und dann vergleichen wir das. Genau. Einfach zu schauen, wir haben 5K als Budget. Was wäre da so unsere Idee? Und das ist jetzt ja nicht in Stein gemeißelt. Vielleicht habe ich ja dann auch einen fetten Blödsinn im Kopf gehabt und ich sehe dann bei der sie, was einfach viel sinnvoller wäre oder sowas. Darum geht es ja dabei, sich so ein bisschen weiterzuentwickeln. Ich bin gar nicht der Meinung, dass mein Single-PC, den ich jetzt seit ein paar Monaten löse, seitdem ich die 3080 und 5100X habe, dass ich den ewig benutzen werde. Nein, ich werde früher oder später auch wieder einen Stream-PC haben. Aber ich finde es interessant, bei solchen Gesprächen rauszukriegen oder überhaupt so ein paar Sätze und so nebenbei gedroppt zu bekommen. Ja, das kannst du ja so und so machen. Und das habe ich niemals vorher gefunden, diese Lösung, oder überhaupt im Kopf gehabt. Finde ich gut. Und andersrum. Die nächste Folge wird gigantisch, Alex. Das wird bestimmt total toll. Der neue PC, der wird der Hammer. Die wird gigantisch. Wish dürfen wir auch benutzen als Quelle, ne? Übrigens, wir kaufen nichts Gebrauchtes. Alles neu. Das ist die einzige Regel, die wir noch hinzufügen. Auch nicht bei Rebuy. Rebuy ist aber schon ein Shop. Nein. Nee. Nichts Gebrauchtes, alles neu. Okay. Dann wird es nämlich erst eine richtige Challenge, weil sonst können wir bei Rebuy, na, da kannst du den 5.000, da ist ja aber, hallo. Dann suchst du diese eine abgebrochene Auktion raus, von der man es nicht mehr sehen kann. Und jetzt kannst du sagen, siehste, hier habe ich die 30, 80, aber für 100 Euro gekriegt. Boah, das mache ich sogar, glaube ich, das mache ich, glaube ich, sogar im Stream. Mit meinem Stream zusammen. Oder dürfen wir das, also das müssen wir, die Regel müssen wir noch festlegen. Dürfen wir das mit Stream zusammen machen oder nicht? Oder machen wir das offline für alleine? Weil, das wäre halt Hilfe. Also ich würde sagen, da das ja ein entertainendes Format ist, dürfte man das eigentlich machen, aber das nimmt dann auch die Überraschung weg. Also das müssen wir uns entscheiden. Dann ohne. Okay. Alles klar. Ich brauche nicht lange. Zehn Minuten? Ja, klar. Easy. Zehn Minuten. Easy game, ey. Zehn Minuten bis zum ersten Nervenzusammenbruch. Fuck. Fuck, ich bin schon fünf Euro über Budget, Alter. Fuck. Fünf. Aber weißt du, was witzig ist? Ja. Kennst du von Lein des Tech Tips, das 5.000-Dollar-Format, das von Intel gesponsert wird? Intel baut irgendwie 5.000 Euro und ein einzelner Angestellter kann mit den 5.000 Euro quasi machen und tun, was er will. Und die fahren dann in die Wohnung oder also zu den Leuten hin und bauen den ganzen Scheiß dann halt auf. Das endete damit, dass er schon Wände gestrichen hat und Betten aufgebaut hat und so einen Scheiß. Ich finde das sehr entertainend. Das erinnert mich gerade so ein bisschen an. Aber nur ein ganz kleines bisschen. Nur, dass wir die 5.000 Euro nicht haben. Ja, das stimmt. Verdammt. Oh, Mann. Die nächste Folge wird fucking legendär. Legendär. Alter, 5.000 Euro sind so knapp. Also, ich fasse nochmal irgendwas zusammen. Nur Hardware inklusive Kabel, Kameras, Objektiv, Strom, Audio, whatever. Keine Möbel. Nee. Keine gebrauchten Sachen. Nein. Und wir fangen von Null an. Wir haben nichts. Wir sind nackt. Genau. Außer, wir haben einen Tisch und einen Stuhl. Und ich glaube, das Siegerkriterium ... Gibt es einen Sieger bei sowas? Ja, warte. Ich würde das jetzt nochmal ganz kurz mit drauflegen. Das Siegerkriterium wird sein, wer, und das geht auf unsere Erfahrungswert hinaus, hat am Ende die bessere Qualität für den Zuschauer. Das ist dann aber nicht nachvollziehbar, weil wenn wir immer ... Doch, mit unserem Wissen ist das nachvollziehbar. Anvollziehbar. Also ich werde, also ganz ehrlich, das sage ich jetzt auch so, ich werde ganz fair dann nicht dagegen argumentieren und sagen, das ist besser, dies ist besser, sondern dass wir beide wirklich fair gegenüber dem anderen sind und sagen, okay, Maga, damit holst du einfach das Bessere raus. Das ist das Kriterium zu gewinnen. Okay. Weil dann haben wir nämlich auch einen Anreiz. Bin ich, äh, gehe ich mit konform. Oh, geil. Ich kriege gerade noch das Feedback aus dem Chat, dass unser Hashtag Hardcast, wahrscheinlich von einem Musikpodcast, der so in die Richtung geht, ähm, schon hat. Ich würde sagen, wir suchen uns noch ein Hashtag raus und das, äh, folgt uns auf Twitter und sowieso überall. Das macht ja Sinn. Hardcast Setup. Hard Setup? Hardcast Setup fertig. Hardcast Setup, okay. Merkt euch das. Hashtag Hardcast Setup. Oh, das wird geil, Alex. Gute nächste Episode. Ja. Ich hab noch einen Rabattcode für Canon. Also das auch nicht. Keine Rabattcodes. Ja, ja, keine, 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 ganz normale, äh, Angebote, wie man sie über den Shop oder über eine Preishochmaschine findet. Ja. Ja, Preishochmaschine hat den Nachteil, dass man natürlich auch Auktions, äh, Angebote damit sehen kann, etc., ne? Ja. Passt schon. Alter, Alter. Boah, da will ich aber den ganzen Abend einmal sitzen und... Puh, aber geil. Freu ich mich drauf. Same here. Sind wir damit schon durch? Ja, wir haben schon, wir sind eigentlich schon, wir haben... Wir sind schon drüber. Du hast, hast du noch was zu tun heute? Ja, ich muss mir, ja, ich muss mir was zu essen machen. Cool, okay. Und du auch, oder was? Nee, nee, das nicht, das nicht. Ich will nur abschließend eben sagen, ich hab nur selten bei dem, äh, bei dem elektronischen Herrn reingeschaut, wo gewisse Menschen da ein fettes Rick aufgebaut haben. Ähm, aber ich fand, das war sehr schön anzusehen, mit dem Greenscreen-Tuch im Hintergrund, was dann dieser Schräge so ein bisschen hing und alle waren da am Schrauben und jeder, der an dem Rick saß, hat einfach nur ein fettes Grinsen im Gesicht gehabt. Ja. Alter, das ist am Wochenende hier dann auch soweit. Also... Ich hab schon gelesen. Ja. Das wird, äh, wild. Also, puh, das wird sehr gut, ja. Freue ich mich auch drauf. Ja. Sehr cool. Dann bin ich der Erste, der mich verabschiedet. Und ich bedanke mich, ähm, für die zweite Folge. Ich fand das wieder sehr, sehr, sehr schön. Es sind wieder zwei Stunden einfach so verflogen. Wir haben wieder sehr viel, ähm, über Dinge gesprochen, mit denen wir denken, dass wir uns gut auskennen. Und wahrscheinlich sitzt irgendwo, äh, im Publikum jemand, der sich so denkt, so, ach, die haben keine Ahnung. Aber genau darum geht's uns, ja. Also, von daher, äh, ich freu mich auf die nächste Woche. Und, ja. Das, äh, wird wild. Das wird richtig wild. Und ich find's schön, Alex. Da möchte ich mich wirklich bei dir bedanken. Vielen Dank, dass du das mit eingegangen bist, weil das schon ein bisschen auch Druck ist und auch Arbeit, die man reinstecken muss. Und das find ich unfassbar toll von dir. Das wird spitze. Und ich denke auch, dass sich alle da draußen auf diese Episode freuen werden. How to be a geiler Streamer für 5.000 Euro. Cooler Name. How to be a geiler Streamer für 5K. Das ist die Episodenfolge. Hey, Alex. Dankeschön. Vielen Dank an alle Zuschauer da draußen. Ich denke mal, ihr werdet das bei, ähm, auf den sozialen Medien von Alex erfahren, wo man das bei ihm noch extra gucken kann. Äh, ich werde mich bestimmt auch mit Alex irgendwann noch mal auseinandersetzen, ob wir das bei Spotify hochladen für euch, damit ihr das kriegt. Weil es gibt ja doch den einen oder anderen, der das gerne einfach nur hören möchte. Und, äh, folgt uns auf unseren sozialen Medien. Und, äh, dann sehen wir uns später wieder. Nächste Woche, 20 Uhr. Und heute mach ich nicht gleich aus, weil ich möchte noch einen Ruheschüß sagen bei meinem Chat. Das hab ich nämlich letzte Woche richtig scheiße gemacht. Ich hab nämlich einfach nur... So geht's mir auch. Also ich bin auch gleich noch ein paar Minuten da. So, Dizzy, ich, äh, bedanke mich. Wir gehen jetzt hier in die Endszene und, äh, ich wünsche dir erfolgreiche Tage und möge die bessere Liste morgen, äh, nächste Woche gewinnen. Ja, möge die bessere Liste gewinnen. Tschüss. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. 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 Tschüss.